So, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde von Dr. Hamer, der uns leider am 2. Juli verlassen hat, aber er hat uns was Wichtiges hinterlassen, die Entdeckung, wie unser Körper funktioniert. Und jetzt erheben wir uns das erste Mal wirklich über unseren Tierkörper. Aber jetzt können wir die Ursachen ausräumen, gesund werden. Jetzt sind wir wirklich in der Lage zu heilen. Aber Achtung, heilen kann sich nur der Körper selbst. Es geht um das Gewusstwie und die Königskunst in der Germanischen Heilkunde ist es, einen weisen Ratschlag geben zu können. Das kann aber auch die Mutter mit ihrem Kind oder das kann die beste Freundin. Und der Therapeut, das müsste ein weiser Mensch sein. Weisheit kann man aber leider nicht abkupfern und auch nicht auswendig lernen. Und meine Zielgruppe ist nicht der Patient, weil das, was ich ihm geben könnte, das kleine 1x1, hätte er selber auch lernen können in der Zwischenzeit. und meist ist der Patient der Ertrinkende und jetzt hat er die Krebsdiagnose und hat schon seinen nächsten Konflikt und ist nur in Panik und jetzt soll man ihm in der Kürze der Zeit schwimmen lernen. Und das klappt nur in den seltensten Fällen. Meine Zielgruppe ist aber auch nicht der Therapeut, weil wirklich therapieren dürfen wir ja nicht, die germanische Heilkunde, weil dazu gehört auch die Legalität, dass sie in Ruhe drei Monate das Bett hüten können, ohne dass man sie zur Chemo nötigt. Und auch für unsere Kinder ist ja Chemopflicht mit der Krebsdiagnose. Also für unsere Kinder gibt es ja keine Therapiefreiheit. Und das ist aber mein erklärtes Ziel, die Legalisierung. Und der Therapeut, im Idealfall, wäre die germanische legal. Der Therapeut müsste viel mehr können, er müsste ein Schädel-CD lesen können, er muss am Patienten ausgebildet sein und das kann ich ihm alles nicht bieten. Hamer hat auch nicht praktizieren dürfen, er hat nicht Therapeuten ausbilden dürfen. Und Achtung, die da rumlaufen und behaupten, sie wären Therapeut, Achtung, seien Sie da vorsichtig. Und meiner Meinung nach gehört das Wissen sowieso zur Allgemeinbildung. Das gehört in den Biologieunterricht und für den Therapeuten natürlich an die Universität. Und dann hätten wir nämlich den großen Vorteil, die Symptome folgen dem Konflikt am Fuß. Und da habe ich meist den Konflikt noch frisch in Erinnerung. Aber wenn ich erst zehn Jahre später darüber nachdenke, was die Ursache für mein Fußbild gewesen sein könnte. Ja, die Ursache, der Schreckmoment ist ja eine Angelegenheit für einen Augenblick. Die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Aber da geht kein Weg dran vorbei. Aber wenn ich, sagen wir mal, mit dem Wissen groß werde, ja, schützen kann man ja das Wissen nicht vor Konflikten. Aber ich kann dann die Organebene austeutschen und dann Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn ich weiß, seit das passiert ist, habe ich dieses Symptom, dann weiß ich auch in der Regel, was zu tun ist. Und zwischen mir und meiner Gesundheit steht weder Arzt noch Medikament. Es gibt keinen Therapeuten, der einen Fußbild wegzaubern könnte. Und es gibt auch kein Medikament, was einen Fußbild wegzaubern könnte. Aber es gibt die Spontanheilungen und genau das ist das erklärte Ziel in der germanischen Heilkunde. Dadurch, dass ich die Ursache ausräume, schaltet der Körper zwangsläufig um auf Heilung und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Kostnix hat keine Nebenwirkungen und deshalb wird es auch vom herrschenden System so bekämpft. Wo kämen wir da hin, wenn wir alle gesund werden und man kann nichts daran verdienen. Also, sapperlot. So, und unser heutiges Thema, die Lederhaut spielt sich ab im Mesotherm in der älteren Gruppe. Drüsenähnlich. Drüsenähnliches Gewebe. Ja, da sind die Schweißdrüsen dabei. So, wie gewohnt für die Neueinsteiger eine Grundlagenwiederholung, eine Zusammenfassung der germanischen Heilkunde, so in 25 Minuten. Worum geht es? Auf den Punkt gebracht. Es geht um die Krankheitsursache, damit um die ursächliche Therapie. Wobei heilen kann sich nur der Körper selbst. In den seltensten Fällen braucht man Notfallsmedizin. Aber dann brauche ich halt wirklich den Klempner, den Mechaniker. Und keine Globuli und auch nicht Handauflegen und sowas. Sondern dann brauche ich echt den Handwerker. Und die Ursache für die Krankheiten, die von sich aus entstehen. Also Krebs, die chronischen Krankheiten, die Allergien, die Psychosen. Egal jetzt, wie man sie auch nennen mag. Die Ursache ist monokausal, der biologische Konfliktschock. Und wie können wir das so felsenfest behaupten? Eben durch einen hamerschen Herd im Hirn. Wir können es ja jetzt fotografieren. Mit einem simplen Schädel-CD. Kostet beim nächstbesten Radiologen 200 Euro. Und der entsteht nämlich in dem Schockmoment. Und so ein biologischer Konfliktschock, er hat immer drei Kriterien. Er ist hochakut dramatisch. Es betrifft mich. Es geht mir nicht am Arsch vorbei. Isolativ empfunden. In dem Moment kann ich mich nicht ausheulen. Und am falschen Fuß erwischt worden. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich war unvorbereitet. Und das, was ich in dem Schreckmoment assoziiere, habe ich da einen Ärgerkonflikt, habe ich den hamerschen Herd im Stammhirn und ich reagiere mit dem Drüsengewebe. Mit dem Darm, mit der Leber, mit der Bauchspeicheldrüse, mit der Lunge, mit der Schilddrüse. Habe ich eine Verletzung meiner Integrität, wo wir ja heute sind, habe ich den Hamerschen Herd im Kleinhirn und ich reagiere mit dem Drüsenähnlichen Gewebe. Lederhaut, Bauchfell, Brustfell. Habe ich einen Selbstwerteinbruch, habe ich den Hamerschen Herd im Marklager und ich reagiere mit dem Bindegewebe. Knochen, Sehnen, Knorpel, Muskeln, Bindegewebe, Fettgewebe. Habe ich einen Trennungs- oder einen Revierkonflikt, habe ich den Hamerschen Herd in der Gehirnrinde und ich reagiere mit dem Plattenepithel. Mit der äußeren Haut, Neurodermitis oder mit der Bronchialschleimhaut, die Bronchitis. Und dieses Assoziieren müssen wir aus der Entwicklungsgeschichte heraus verstehen. Dann ergibt sich ein Sinn, und zwar diese biologische Sprache, dieser Brockenkonflikt, Besudelung. Das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Und zwar deshalb, weil wir alle zusammen miteinander verwandt sind. Also das Leben hat begonnen mit einem Einzeller, mit ziemlicher Sicherheit im Urmeer. Daraus haben sich die Arten und Gattungen entwickelt. Und deshalb sind wir Menschen mit allen Geschöpfen dieses Planeten verwandt. Also nicht nur mit dem Affen, sondern auch mit den Pflanzen, mit den Mikroben, mit den Insekten. Und unser Vorfahre war so ein ringförmiges Wesen, Wurm. Er hat den Urmund oder die Speise aufgenommen, durch dieselbe Öffnung wieder ausgeschieden. Und dieses Tierchen lebte im Urmeer und hatte nur das eine im Sinn, Fressen und sich vermehren. Das Hirn war das Stammhirn, das Gewebe war das Drüsengewebe und das Konfliktpotenzial war der Brocken. Ihr kriegt den Brocken nicht zu fassen, ich kann ihn nicht schlucken, er legt meinen Magen, ich kann ihn nicht ausscheiben. Und diese Programme machen in der aktiven Phase Zellvermehrung und dadurch eine Funktionsverstärkung. Mehr Schleim, damit der Brocken besser rein oder rausflutscht. Mehr Verdauungssäfte, um diesen festsitzenden Brocken abdauen zu können. Und wenn der Brocken dann durchgeht, dann ist die Ursache gelöst und in der Heilung schaltet unser Hirn die Mikroben an, die Chirurgen der Natur. Und jetzt wird dieser Darmkrebs, Magentumor, Bauchspeicheldrüsenkrebs tuberkulös, verkesend, nekrotisierend, zerfallend, abgeräumt. Kann man sich vorstellen wie so ein Apfel, der verfault und zerfällt. Und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Und solange ich konfliktaktiv war, solange wird die Heilungsphase dauern. Und am Ende der Heilung bin ich auch schulmedizinisch gesund. Der Schulmediziner hat kein Symptom mehr zu diagnostizieren. Und das heißt, die Natur hat damit gerechnet, dass wir einmal einen Brocken zu gierig runterschlucken. Hierfür hat uns die Natur diese Sonderprogramme mitgegeben. Hochakut, isolativ am falschen Fuß. Der assoziierte Konfliktinhalt bestimmt das Programm. Der festsitzende Brocken, wenn ich sage, es liegt in meinem Magen. Und das Symptom hilft mir, der Magentumor hilft mir, die Ursache zu lösen, den festsitzenden Brocken. Und die Natur hat uns sogar noch eine zweite Therapie mitgegeben. Wenn ich die Ursache gelöst habe, brauche ich ja diesen Magentumor nicht mehr. Dafür lebe ich mit dem Mikroben in Symbiose. Und die räumen diesen nun nicht mehr benötigten Tumor tuberkulös ab. Und am Ende der Heilung vernarrt das Organ und ich bin wieder gesund. Und was wir verstehen lernen müssen, ist dieses Assoziieren. Beim Tierchen geht es um den realen Nahrungsbrocken. Bei uns Menschen kann das im übertragenen Sinne der Ärger mit der Schwiegermutter sein. Oder der Kampf um den Brocken, Erbschaftskonflikte, Bauchspeicheldröse. Und das müssen wir verstehen lernen. Und wir haben aber viele Redewendungen, die den Nagel auf den Kopf treffen. Oft muss man ja dem Patienten nur zuhören. Welche Worte verwendet er? Das liegt mir im Magen. Dann geht es in die Diagnosetabelle. Und dann wissen Sie, worum es bei ihm geht. Dann hat das Tierchen das Land erobert. Benötigte zusätzliche Organe, um sich gegen spitze Steine zu schützen. Die inneren Häute. Und hier geht es um die Verletzung meiner Integrität. Besudelung, Verunstaltung, Attacke. Und diese Programme machen jetzt ebenfalls in der aktiven Phase Zellvermehrung. Es entsteht ein flachwachsender Tumor. Die Mauer nach außen wird dicker gebaut. Was der Sinn ist, um meine Integrität zu schützen. Achtung, bei der Lederhaut nennt man das Ganze Melanom. Und Sie sehen schon, wenn jetzt der Patient vom Dermatologen die Melanom-Diagnose bekommen hat, Hautkrebs, der ist ja nur mehr am Flippen. Der ist ja nur mehr am Rudern. Ich habe Krebs, ich habe Krebs, ich muss sterben, ich muss sterben. Und das tue ich mir nicht an. Im Moment heißt es ja, kapier oder bleibst halt in der Schulmedizin. Und das Symptom hilft mir, meine Integrität zu schützen, kann ich meinen Konflikt lösen, dann stoppt die Zellteilung und in der Heilung wird das Tuberkulös verkäse und abgebaut, dann nest es, dann blutet es und dann ist sie erst recht, das Böse, ganz Böse in der Schulmedizin. Und der orme Patient, der fällt nur mehr ins Boden los. Und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Und hier hat uns aber die Natur auch das erste soziale Verhalten einprogrammiert, die Milchdrüsen, der Brustkrebs, der Sorgekonflikt. Die Milchdrüsen sind nämlich umgebaute Schweißdrüsen, deshalb finden wir sie bei der Lederhaut im Hirn. Und ab jetzt ist die Händigkeit entscheidend, also Partner-Mutter-Kind-Seite. Und wenn man der Partner verunglückt oder das Kind verunglückt, dann startet jetzt bei mir das erste Mal in der Entwicklungsgeschichte ein soziales Programm durch Zellvermehrung der Milchdrüsen, mehr Muttermilch, um demjenigen eine höhere Überlebenschance geben zu können. Wird der gesund, stoppt die Zellteilung und in der Heilung wird der Knoten tuberkulös abgebaut und am Ende der Heilung ist der Knoten futsch. Und wie viele Frauen können das berichten von sich selbst? Ja, sie haben einen Knoten und dann eine Zeit lang später ist der Knoten weg. Und die haben ihre Konflikte, wie man es eben in der Regel tut, instinktiv lösen können. Das ist nämlich die Regel. Die Spontanheilung ist die Regel. Und es ist die Ausnahme, dass wir damit nicht fertig werden. Das ist die Ausnahme. In der Schulmedizin schneidet man ihr die Brust ab und schickt sie nach Hause. Das wäre, als würden sie mit einem Platten in die Werkstatt fahren und der schneidet ihnen mit dem Schweißbrenner das Rad ab, bewegt ihm gesunden und gibt ihnen das Auto mit drei Rädern zurück und sagt, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Und stellt ihnen noch eine Rechnung. Da fragen sie sich einmal, ob man einen Vogel hat. Aber die Versicherungen zahlen alle. Die arbeiten ja brav Hand in Hand mit Farmer und so weiter, mit Banken und so. So, und dann benötigte das Tierchen ein Bewegungsapparat, Knochen, Sehnen, Knorpel, ein zusätzliches Hirn, das Marktlager. Und hier liegt der Sitz des Selbstwert. Ein Mensch mit einem gesunden Selbstwert hat einen aufrechten Gang. Jemand, der im Selbstwert einbricht, hat Probleme mit dem Bewegungsapparat. Skoliose, Bechtere, Phatrose, Arthritis. Und Achtung, jetzt sind wir im Großhirn. Diese Programme, also Marktlager, Kortex, Neuhirn oder Großhirn, die Programme machen jetzt in der aktiven Phase nicht Zellvermehrung, sondern Zellschwund. Beim Bindegewebe nennen wir das Nekrosen. Löcher wie beim Emmentaler. Und wenn ich in der Natur den Selbstwert einbruch nicht löse, bricht der Knochen, reißt die Sehne und dann bin ich Beutetier. Also hier hilft die Natur nicht gleich. Da muss ich erst den Konflikt lösen. In der Heilung, die zugehörigen Chirurgen sind die Bakterien. Die füllen die Löcher wieder auf. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück. Und der Knochen bleibt stärker. Die Sehne bleibt stärker leben lang. Damit es nicht mehr so leicht passiert. Das ist wie beim Knochenbruch. Am Ende der Heilung ist die Bruchstelle dichter, dicker als vorher. Damit es nicht mehr so leicht passiert. Also hier liegt der biologische Sinn, die Therapie der Natur, erst am Ende der Heilung. Aber dafür gleich ein Leben lang. Aber er bleibt in der Funktionsverstärkung. Das komplexeste Hirn ist das jüngste Gehirn, die Gehirnrinde. Da wird das Soziale miteinander geregelt. Und da haben wir zwei große Themen. Trennung und Revier. Trennung geht auf die äußere Haut. Neurodermitis, Warze, Fieberblase. Aber auch auf die Milchgänge, die Mastitis, die Heilung. Und das zweite Revier, da geht es um die Rangordnung und um die Fortpflanzung. In der Natur ist der einzelne Wolf nicht überlebensfähig. Er muss sich im Rudel organisieren, um erfolgreich jagen und existieren zu können. Und diese natürliche Rangordnung, jede Firma braucht einen Chef, jeder Mitarbeiter. Diese natürliche Rangordnung konstruiert die Natur über Konflikte, der klassische Revierkampf. Der Stärkere besiegt den Schwächeren. Und der Schwächere hat jetzt sein Revier verloren und hat im Revierbereich den Hamerschen Herd. Und dort haben wir die Fixierung. Der ist jetzt schwul fixiert auf dem Alpha. Was der Alpha sagt, ist das Amen im Gebet. Und wenn der Alpha sagt, die Hirschkuh holen wir uns, sagt der Zweitwolf, jawohl Chef. Und so können sie erfolgreich jagen und existieren. Und wenn das Weibchen ihren Eisprung hat, da steht der Alpha zur Verfügung. Der Alpha ist der, der keine Konflikte hat im Revierbereich. Der Zweitwolf, der ist ja zerebral kastriert, der liebt ja schwul seinen Chef. Bei dem ist die Libido im Keller. Und so hat das Weibchen für ihre Jungen immer den Besten, den Alpha. Und bei diesen Revierbereichs-Sonderprogrammen, Branchen, Herzkranzgefäße, Levergallengänge, Harnwege, diese Hohlorgane sind immer mit Plattenipidil austapeziert und das schwindet weg, ulzeriert weg. Dadurch wird aber das Lummern größer. Ich kriege mehr Luft in die Lunge, ich kriege mehr Sauerstoff zum Herzmuskel, mehr Blut. Ich kann mit mehr Urin das Revier besser markieren. Also durch Zellminus, eine Funktionsverstärkung in der aktiven Phase. Und da liegt hier die Therapie, der Sinn, die Therapie der Natur. Und in der Heilung wird das Ganze unter Schwellung repariert, aber ohne Mikroben. Die Viren gibt es gar nicht. Die hat man noch nie gesehen. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und das Symptom ist weg. Die Bronchitis ist die Heilung, Harnwegsentzündung ist die Heilung. Und Entzündung ist immer Heilung, egal wie man es nennt. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die Funktionsausfälle. Da habe ich weder Zellplus noch Zellminus, sondern Funktionsausfall in der aktiven Phase. Und das ist der Funktionsausfall, der Sinn. Zum Beispiel Angst im Nacken. Was machen Kinder, wenn sie sich fürchten? Augen zu halten. Und ich habe in der aktiven Phase Funktionsausfall, der Sehkraft. Also ich sehe schlechter. Und das ist der Sinn. Wenn sie Kinder fürchten, dann sind die Augen zu. Und in der Heilung wird es unter Schwellung repariert. Dann kommt es zu einer dramatischen Sehverschlechterung. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück. Und die Netzhaut vernarbt. Und Narben bleiben. Und das muss man halt mit den Brillen korrigieren. Aber der Sinn ist die aktive Phase. So, und wenn man das eben aus der Entwicklungsgeschichte heraus betrachtet, wird die Sache in sich schlüssig. Keinblatt verwandte Organe haben keinblatt verwandt ihre Konflikte. Ihr Verhalten, ihren biologischen Sinn, ihre Mikroben, ihre Krisen. Und ich muss mir nicht alles merken. Es gibt ein paar rote Fäden. Wenn ich die gefunden habe, kann ich mir vieles ableiten. Wenn ich das Gewebe weiß, weiß ich die Ursache. Ist das Drüsengewebe? Ist das ein Brocken? Ist das Drüsenähnliche? Ist das eine Attacke? Ist das Bindegewebe? Ist das Selbstwert? Ist das Blattnipidil? Ist das Trennung oder Revier? Also ich weiß, wonach ich suchen muss. Ich weiß sogar, ob das aktiv oder gelöst ist. Ja, Entzündung ist immer Heilung. Ich weiß nach der Händigkeit, ob es mit Partner oder Motto Kind zu tun hat. Und ich weiß, wann die Symptome aufgetreten sind. Dort in dem Zeitraum muss ich den Konflikt suchen, den Schockmoment. Und wie gesagt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Dann bin ich in der Lage, die Ursache vorzugehen und ich bin in der Lage, meinen Körper zu heilen. Es gibt kein Mittel, es gibt keinen Arzt, der mich heilen kann. Heilen kann ich nur mich selbst. Und in den seltensten Fällen braucht man die Notforce-Medizin. Aber die wird uns heute verboten. Also wenn Sie in die Schulmedizin müssen, dort läuft Protokoll. Und kein Arzt wagt es, außer Heil vom Protokoll vorzugehen mit Ihnen. Und das ist das Drama. Aber bräuchte man eigentlich gar nicht so. Naja, aber das kommt erst mit der Zeit, dass Sie das verstehen. So, und haben es gelungen, mit fünf Naturgesetzen die komplette Medizin zu beschreiben. Und Naturgesetze im Lebendigen, nicht in der toten Materie, in der Lebendigen. Und ein Naturgesetz hat ja den großen Vorteil, das muss man gar nicht glauben, das kann man erfahren. Und mit der Zeit wird bei Ihnen aus Glauben, dass das stimmt, wissen, dass das stimmt. Und erst wenn Sie wissen, wie das Ganze funktioniert, erst dann haben Sie die Angst verloren. Und erst dann haben Sie keine Folgekonflikte und keine Folgekrebse. Und was der Schulmediziner dann als Metastasen diagnostiziert. Er meint Kribbelkrabbelzellen, die hat man auch noch nie gesehen. Sondern das sind alles Folgekonflikte, Folgekrebs. Allein durch die Krebsdiagnose haben Sie schon Ihr nächstes Problem. Und die Angst verliert man halt nicht von heute auf morgen. Das dauert so sehr Zeit, logisch. Aber da haben Sie wirklich allen Grund, nichts glauben zu müssen. Ich habe nichts davon. Wenn Sie glauben, Sie auch nicht. Vom Glauben kann man leicht abfallen. Wir müssen es im Moment wirklich verstehen lernen. Und das erste Gesetz beschreibt eben die Ursache. Mit dem Konfliktschock schaltet unser Vegetativum sofort um auf der Eustreis. Ich habe eiskalte Hände. Ich kriege den Biss nicht runter. Ich bin hellwach. Auf der Psyche habe ich Zwangsdenken. Sämtliche Gedankenkreise um das Problem. Und ich gebe so lange keine Ruhe, bis mir der Stein von der Seele fällt. Und in der Regel schaffen wir es auch zeitgerecht. Und das, was ich in dem Moment assoziiere, bestimmt den Hamerschnärd im Hirn. Dadurch die Organerkrankung. Habe ich da einen Brocken. Habe ich den Hamerschnärd im Stammhirn. Ich reagiere mit Drüsengewebe. Eine Verunstaltung im Kleinhirn. Habe ich drüsenähnliches Gewebe. Habe ich einen Selbstwert im Marklager mit Bindegewebe. Habe ich einen Trennungsrevierkonflikt im Kortex mit Plattenepithel oder Funktionsausfall. Und zwar so lange, bis ich das Problem gelöst habe. Und meist ist der Sinn in der aktiven Phase, entweder durch Zellvermehrung einer Funktionsverstärkung oder durch Zellschwung einer Funktionsverstärkung oder manchmal ist der Funktionsausfall der Sinn, gerade die Luxusgruppe, Bindegewebe, da liegt der Sinn erst am Ende der Heilung. Aber dafür gleich ein Leben lang. Ansonsten immer nur für die aktive Phase liegt der biologische Sinn. Und erst mit der Konfliktlösung stoppt die Zellteilung, stoppt der Zellschwund, kehrt die Funktion wieder. Und erst jetzt komme ich in die Erholungsphase. In der aktiven Phase zehrte ich ja von meinen Kraftreserven. Ich habe kaum gegessen, ich habe kaum geschlafen. Ich war ständig unter Spannung, aber jetzt fällt mir der Stein von der Seele und solange ich Konflikt aktiv war, solange werde ich in der Heilung sein. Und in der Heilung wird alles unter Schwellung repariert, abgebaut, aufgefüllt. Die Schwellungen werden mehr, auch im Hirn kommt das ÖDM. Und da geht es mir schlimmer, schlimmer. Und um das Indivagotonie-Fallen zu stoppen, hat die Natur die Krisen eingebaut. Mit Schwung wird der Patient Richtung Gesundheit buxiert. Sämtliche Krisen kommen immer in der tiefsten Entspannung. Die haben wir in einer Heilungsphase, so gegen 4 Uhr morgens. Sämtliche Krisen verlaufen sympathikoton, mit Engstellung der Gefäße, kalter Schweiß. Abhängig von der Konfliktmasse kann das ein Sekundenpeak sein. Das müssen Sie nicht immer bemerken. Aber die kann durchaus mehrere Tage dauern. So mit Vor- und Haupt- und Nachkrisen. Die imposanten Krisen sind die von der Gehirnrinde, der Kortex. Da haben wir die Absence, die Epilepsie, die Migräne, den Herzinfarkt. Das sind halt die imposanten Krisen. Und die Krise selber erleben Sie alle. Der kritische Punkt liegt nach der Krise. War die Krise ausreichend stark, oder war die Konfliktmasse entsprechend klein, dann schaffe ich die Kurve zurück in die Gesundheit. Die früheren Ärzte sagten an der Stelle, jetzt ist es über dem Berg. Also die Krise war der Berg. Und sterben tut man da herunten, in der tiefsten Vagotomie. Und mit der Konfliktlösung schaltet unser Hirn die Chirurgen an, die Mikroben. Und der Tumor, der Magentumor, oder der Brustkrebs, hat mir geholfen, die Ursache zu lösen. Jetzt habe ich die Ursache gelöst. Jetzt brauche ich den Tumor nicht mehr. Und die Althirnmikroben räumen das Tuberkulös verkäseend ab. Und die Bakterien füllen die Löcher beim Bindegewebe wieder auf. Das Plattenepidil wird auch unter Schwellung repariert, aber ohne Mikroben. Die Viren gibt es nicht. Das haben Sie eh mitgekriegt, mit dem Dr. Stefan Lanker, der hat höchstgerichtlich bescheinigt bekommen, dass es nicht gelungen ist, der Schulmedizin das Masernvirus vorzulegen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wogegen haben die dann geimpft? Das ist so wie die Kirche mit dem Weihwasser. Schützt vom Teufel. Haben Sie den Teufel schon einmal gesehen? So ist das mit den Viren. Aber die Schulmedizin hört etliche Dogmen. So wie die Kirche. Naja. Es wird Zeit zur Aufklärung. So, und alles was chronisch verläuft, läuft über Schienen. Und die Schiene ist die Allergie und an und für sich ein Frühwarnsystem. Ja, Sie, was Sie sehen, Sie haben einen Ärger mit der Schwiegermutter. Und das geht jetzt auf den Magen. Und im Schockmoment macht unser Hirn Knips. Und ich merke immer sämtliche Sinneseindrücke. Ja, wenn ich da gerade Milch trinken wollte, habe ich jetzt die Milchallergie oder habe ich da in den Apfelbissen habe ich die Apfelallergie. Und in dem Fall habe ich halt die Schwiegermutter als Schiene abgespeichert. Und jetzt reagiere ich allergisch auf die Schwiegermutter. Immer wenn ich sie sehe, ja, das Frühwarnsystem, so piep, 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 Achtung, damals war es genau so, die Schwiegermutter und zack. Und es startet schon das Sonderprogramm, was mir helfen soll, mit dem Problem fertig zu werden. Und auf die Schiene kommen heißt, es reicht die Schwiegermutter zu sehen, zu hören oder von ihr zu träumen. Der Albtraum. Und ihr aber Rezidiv. Also es müssen nicht mehr die drei Kriterien erfüllt sein. Hocher Kuh, isolativ am falschen Fuß. Das muss nicht mehr erfüllt sein. Ich reagiere allergisch. In dem Fall jetzt auf die Schwiegermutter mit dem Magen. Und bei den Althirnprogrammen macht es jetzt wieder Zellplus. Bei den Neuhirn Zellminus hat er Funktionsausfall. So lange, bis die Schwiegermutter wieder aus dem Kopf ist. Und dann kommen wir in die Heilung. Jetzt wird das wieder abgebaut oder wieder aufgefüllt. Ich habe wieder meine Krisen. Bis die Konfliktmasse abgebaut ist, dann bin ich wieder gesund. So lange, bis ich jetzt wieder auf die Schwiegermutter komme. Und ich habe wieder mit Rezidiv, mit dem Urkonflikt. In dem Fall halt mit dem Magen. Und dann bin ich chronisch krank über die Schiene Schwiegermutter. Und ein Konflikt ist da umgelöst, wenn es nicht mehr passieren kann. Also wenn die Schwiegermutter sterben sollte, dann ist die Sache erledigt. Oder wenn ich mich mit ihr aussöhne, dann ist es auch, wenn ich darüber lachen kann. Das ist ein untrügliches Zeichen. Wenn ich darüber lachen kann, ist die Sache gegessen. Aber solange ich nicht darüber lachen kann, wirkt dieses Frühwarnsystem. Und wirkt die Schiene Schwiegermutter. Und jetzt hängt es halt davon ab, wie oft sehe ich die Schwiegermutter. Einmal im Jahr? Oder jeden Tag? Oder zieht sie überhaupt bei mir ein? Wenn sie bei mir einzieht, dann bin ich hängend aktiv. Ich habe nur die aktiven Symptome von dem Sonderprogramm. Der Magentumor wird größer, größer, größer. Und irgendwann einmal ist der groß wie ein Kindskopf. Und ich esse nicht und ich schlafe nicht. Ich bin Sympathikoton. Irgendwann ist die Batterie leer. Also alles, was chronisch verläuft, läuft über Schienen. Und jede Schiene zeigt hin zum Konflikt. Hochakut ist relativ am falschen Fuß. Aber künftig reicht es eben, die Milch zu trinken oder in den Apfel zu beißen oder die Schwiegermutter zu hören und hört ein volles Rezidiv. Dann die Händigkeit ist mindestens so wichtig, wie ist Geschlecht zu wissen. Der biologische Rechtshänder klatscht mit der rechten in die linke. Und bei dem ist die linke Körperseite die Mutter-Kind-Seite. An der linken Körperseite vom Scheitel bis zur Sohle. Er leidet ja Konflikte wegen oder um. Seine leibliche Mutter, Person älterer Generation oder wegen oder um sein leibliches Kind, Person jüngerer Generation. Beim Rechtshänder ist die rechte Körperseite die Partnerseite und Partner sind alle anderen. Meist aus der gleichen Generation, der Lebenspartner, die Geschwister, die Freunde, Arbeitskollegen, der Gegner, der Rivale, aber auch der Vater, Schwiegereltern, Opa, Oma sind Partner. Beim Linkshänder ist es umgekehrt. Und quasi die bewegte Hand ist die Partnerhand. Gut, also das war jetzt so eine kleine Grundlagenwiederholung, damit auch die Neueinsteiger da mitkönnen. So, dann stürzen wir uns auf die Lederhaut und beginnen wir gleich einmal mit dem berühmten, berüchtigten Melanom. Also, die Lederhaut hat als Ursache die Besudelung, das kann jetzt nicht sein, ich werde bespuckt, es kann aber auch sein, wenn ich, sagen wir mal, in die Barfuß, in die Hundescheiße latsch, fühle ich mich besudelt an den Füßen und dort, wo ich mich besudelt fühle, dort startet jetzt das Programm lokal, an der Stelle. Aber auch im übertragenen Sinne, wenn man mir zum Beispiel Frechheiten ins Gesicht sagt, kann ich mich ebenfalls in meiner Integrität verletzt fühlen, dass man der solche Unverschämtheiten ins Gesicht sagt. Und wenn das ein Partner ist, dann habe ich die Symptome auf der Partnerseite im Gesicht, wenn es die Mutter oder Kind ist, dann habe ich das auf der Mutter-Kind-Seite das Symptom. Und wenn über mich schlecht gesprochen wird, das habe ich dann am Rücken, partnerseitig oder Mutter-Kind-Seitig. Also es geht auch verbal. Oder auch sehr häufig, wenn man verunstaltet wurde, richtig verunstaltet, zum Beispiel Frauen, denen man die Brust operiert und die schustert man regelrecht zusammen. Also ich habe da schon ein paar Opfer gesehen, also wirklich das, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass sich da die Frauen, die sind wirklich arm dran. Ja, wie man die da zurichtet. So, und in der aktiven Phase macht jetzt die Lederhaut Zell Plus und wenn das jetzt auf ein Muttermal zu liegen kommt, ich kann mich auch durch eine blöde Bemerkung verunstaltet fühlen, was heißt was ist denn da, was ist denn das und das reicht dann für sich aus, wenn ich da sage, wenn da ein Muttermal gemeint ist, dann fühle ich mich jetzt durch das Muttermal, was ich eigentlich eh schon immer habe, aber wegen der blöden Bemerkung verunstaltet und dann wächst am Muttermal macht es dieses Zell Plus und das nennt man dann melanotisches Melanom. Wenn das nicht auf einem, also ohne Pigment ist, dann ist das auch melanotisches Melanom. Das eine ist der schwarze Hautkrebs und das andere ist der normale Hautkrebs. Das eine ist nicht gefährlicher oder nicht minder gefährlicher als das andere. Es ist alles dasselbe, nur es ist ein anderes Symptom. Aber die Ursache ist dasselbe, der Verlauf ist dasselbe, ob das jetzt mit Melanom ist, mit Muttermal oder ohne, das ist komplett gekupft wie gesprungen. Und diese Mauer nach außen dicker Bauernd das ist auch der Sinn. Das ist die Therapie der Natur um mich zu schützen. Und wir Menschen kommen da natürlich ganz leicht in einen Teufelskreis rein. Jetzt habe ich da eine blöde Merkung gekriegt, weil ich das Muttermal habe und jetzt wird das echt größer. Und jetzt laufe ich zum Dermatologen und jetzt habe die Krebs Diagnose. Das ist ein Melanom, ich habe Hautkrebs und jetzt fühle mich durch diese Hautveränderung natürlich erst recht verunstaltet und es wird noch größer und weil es noch größer wird fühle ich mich noch mehr verunstaltet und da komme ich in einen Teufelskreis rein und also wenn der Patient nicht schon im Vorfeld das Ganze verstanden hat also in der Schulmedizin macht man der Salame aus ihm da wird einfach geschnitten 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 und angst gemacht und angst gemacht und dann wird der schon richtig hysterisch auf jede Hautveränderung die er nur irgendwo sieht und also der ist nur in Panik also schwimmen muss man vorher lernen und aber da kann es unter Umständen auch sein dass Hamer sagte lass dir das weg schneiden einfach nur dass du aus der Panik findest es gibt Leute die sind einfach nur hysterisch aber der normale biologische Verlauf wäre wenn ich den Konflikt löse dann stoppt die Zellteilung in der Heilung wird jetzt durch die zugehörigen Mikroben das sind die Pilzbakterien oder Mykobakterien wird dieses nun nicht mehr benötigte Melanom tuberkulös verkäst abgebaut Übrigens der Pickel ist nichts anderes der Pickel ist ein Melanom in der Heilung also das ist dasselbe Gewebe ist dasselbe Hirnrelais ist dasselbe Ursache nur habe ich halt den Pickel rechtzeitig lösen können also der Pickel selbst ist die Heilung die aktive Phase das muss ich nicht unbedingt gleich bemerken aber in der Heilung wenn es dann tuberkulös abgebaut wird unter Schwellung und Entzündung da fällt es meistens auf und dieses jeder kennt einen Pickel und dieses schmierige käsige das stinkige das ist die Heilungsphase dieses tuberkulös verkästend nekrotisierend zerfallend das kann man beim Pickel sehr schön nachvollziehen und jede tuberkulose stinkt auch übrigens wenn sie Hautsymptom haben und nicht wissen ist es die äußere Haut rote Gruppe Plattenepidil oder ist es die Lederhaut die Unterhaut riechen es dran wenn es stinkt ist die Unterhaut Plattenepidil stinkt nicht also dann wissen sie auch wenn es stinkt das ist eine Verunstaltung eine Besudelung in Heilung tuberkulöse Heilung also wenn ich die Organsymptome richtig interpretiere allein nur dadurch fällt mir schon der Stein von der Seele ach so eine Heilung ich habe schon gedacht das ist noch aktiv es ist eine Heilung 90% der Patienten laufen in einer Heilung zum Schulmediziner zum Heilpraktiker und dort werden sie abgezockt und noch mehr abgezockt aber meist in einer Heilung 90% und die Krise ist eine Kleinhirn Krise und die ist nicht sonderlich auffallend das ist kalt und das Narbig Restitutive das kann dann ein bisschen weh tun das ist ja bekannt beim Pickel dass das weh tut auch beim Knoten in der Brust übrigens die Milchdrüsen die haben wir da im Kleinhirn rechts und links außen das Mammakarzinom eigentlich im Relais der Lederhaut weil die Milchdrüsen entwicklungsgeschichtlich umgebaute Schweißdrüsen sind und das ist dasselbe Gewebe auch es ist nur keine Verunstaltung sondern Sorge oder Streit Konflikt das Mammakarzinom und der Sinn ist mehr Muttermilch das ist das Gewebe und auch wenn der Knoten tuberkulös abgebaut wird es stinkt ebenfalls und es ist auch so käsig eines Tages steht ein Ehepaar bei mir zu Hause in der Küche die wohnen in der Nähe und sind über die Homepage aufmerksam worden und er gilt seit einem Jahr als Melanom Patient und sie selbst die Ehefrau hat es bei ihm entdeckt sie ist Arztgehilfin im Sommer vor einem Jahr hat sie am Rücken was bei ihm entdeckt und heißt Sonne macht Melanom und achtete darauf dass er immer das T-Shirt drüber zieht dass die Sonne nicht tragen kann und dann waren es auch bei einem Homeopathen der dem Maklobuli geben und hat gemeint er soll keine Panik schieben wird schon alles wieder gut werden wäre nicht verkehrt gewesen aber eines Tages hat er einen blutigen Fleck im Hemd am Rücken und war in der Heilungsphase und hat es nicht gewusst und jetzt ist er echt in Panik geraten und ist in die echte Schulmedizin und dort hat er die Diagnose kriegt höchst bösartiges Melanom 20% Heilung man hat es ihm weit im gesunden raus geschnitten man hat ihm 10 Lymphknoten entfernt unter der Achsel und die waren gutartig wenn der Lymphknoten der da sind wir in der orangen Gruppe wenn der Nekrosen macht in der aktiven Phase wenn man den durch schneidet schaut aus wie Emmentaler da gilt als wenn er echte Zelltheilung macht und Unterschwellung sich wieder auffüllt das ist böse in der Schulmedizin und am Ende der Heilung ist es wieder gutartig weil da gibt es keine Zelltheilung mehr das ist dogmatisch abergläubisch und die waren gutartig man wollte ihn zu einer Chemo überreden lehnte er ab ein zwei Monate später kriegt er links und rechts zwei dicke Lymphknoten kommt wieder in Panik wieder in die Schulmedizin man entfernt ihm zwölf Lymphknoten und zwei waren böse so und jetzt hat er sich zu einer Interferon Therapie überreden lassen da wird der Körper vergiftet und reagiert dann mit Fieber und er sagte das war ein Monat lang die Hölle so und jetzt stand er vor mir und sagte jetzt hat man bei ihm Metastasen im Hirn entdeckt und jetzt möchte man ihm das Hirn bestrahlen sage ich zu ihm schau du warst ja mit deinem Melanom in der Heilung ja es hat er geblutet und es stank auch hat die Ehefrau gesagt also du musst im kleinen Hirn mindestens ein Ödem haben für deinen Lymphknoten in der Heilung und dann im Marklager musst du ebenfalls mindestens rechts und links jeweils ein Ödem haben für die beiden Lymphknoten aber das Ödem wird ja durch die Krise ausgepresst und dann vernarrt das Hirnrelais lass lass dir nicht dein Hirn verbrutzeln ich habe ihm die ganze Literatur vor Hamer mit nach Haus gegeben aber der war im Prinzip am ertrinken zwei drei Wochen später kommt er wieder sagt der Helmut das hat mich schon verblüfft ich habe dir gar nicht alles erzählt was ich schon an Therapien hinter mir habe er hat sich schon einmal bestrahlen lassen mit Gamma Knife das ist eine punktuelle Bestrahlung sagt er am Kleinhirn ganz hinten und das hat ihm verblüfft dass ich ihm das sagen konnte ich meine das steht alles seit 35 Jahren in der Diagnosetabelle drin ich meine er ist selber schuld wenn er da nicht reinschaut und aber jetzt hat er plötzlich einen gelähmten rechten Arm er ist Rechtshänder und zwar musste er das Firmenauto zurückgeben die Firma hielt ihn ein Jahr lang trotz Krebsdiagnose fuhr er mit einem schicken Volvo durch die Gegend und nach einem Jahr sagte die Firma komm Junge wird eh nichts mehr machen wir Schluss und das dürfte ihn da am falschen Fuß erwischt haben irgendwas mit Partner nicht festhalten können ich weiß gar nicht genau warum aber ich sagte ihm nicht was kommt wenn er einen motorischen Konflikt löst was kommt so in der Krise ganz markant der epileptische Anfall einerseits wollte ich ihm keine Angst machen andererseits dachte ich das wird er nicht so schnell lösen können wieder zwei drei Wochen später kriege ich den Anruf er liegt mit drei schweren epileptischen Anfällen in der Klinik und jetzt hat er natürlich erst recht seine Ödeme im motorischen Ringenzentrum das liegt er in der roten Gruppe wieder und jetzt durfte die Schulmedizin sämtliche Register ziehen jetzt hat er alles mit sich machen lassen und wieder ein paar Wochen später habe ich ihn dann zu Hause besucht er lag im Bett eingestellt auf Antiepileptiker er hat nur gelallt am Kreuz hing über den Kopf teil hing ein Kreuz an der Mauer die letzte Ölung der Priester war schon bei ihm er hat ihm schon die Beichte abgenommen und die Ehefrau steht vor dem Bett Arzt gehilfe vor ihrem Mann sagt sie zu mir die Ärzte haben ihn aufgegeben es gibt keine Hoffnung mehr für ihn und direkt vor dem Patienten das ist übrigens das schlimmste was man Patienten antun kann wenn man ihm die Hoffnung raubt ja das Prinzip Hoffnung da gibt es einen recht aufschlussreichen Tierversuch da hat man Raten mit Elektroshocks im Kreis gejagt nach 30 Minuten brechen die tot zusammen man nimmt die zweite Gruppe mit Elektroshocks im Kreis nach 30 Minuten brechen die tot zusammen man nimmt die dritte Gruppe Jagd Jagd im Kreis nach 25 Minuten macht man Türchen auf sodass die entfliehen haben können diese dritte Gruppe nimmt man noch einmal Jagd im Kreis und jetzt hielten die schon 40 Minuten durch in der Hoffnung da geht irgendwo Türchen auf und das ist Prinzip Hoffnung und wenn ich den Patienten sage regelte Angelegenheit du hast drei Wochen da ist die Tür zu und das ist das Schlimmste was sie einem Patienten antun können ihm die Hoffnung nehmen und das werden sie bei Hamer nie erleben oder bei einem echten Hamer Therapeut werden sie das nie erleben weil schlussendlich kann sie es ja doch nicht sagen weil da trifft zufälligerweise da blitzt die Schwiegermutter und plötzlich schaut die Welt ganz anders daraus dir fällt der Stein von der Seele und wirst gesund also so hundertprozentig kann sie es ja nie sagen und tja und wieder ein paar Wochen später war er wirklich tot und warum wegen einem Melanömchen so groß wie der kleine Fingernagel in Heilung da hätte ein Pflästerchen genügt damit das Hemd nicht blutig wird hätte er gewusst wie sein Körper funktioniert aber so die dümmsten Kälber wählen sich ihre schlechte selber es wirklich das Sprichwort stimmt ich meine ich gebe ihm ja nicht die Schulter ich sage ja nicht dass er dumm ist er ist nur nicht informiert beziehungsweise desinformiert ich meine die Leute hängen alle vor dem Bildschirm und ja und sind halt ferngesteuert wie wie in einer Trance Wahnsinn wer die Medien hat hat die Macht wenn er Butch ist ja was besetzen die Butchisten zuerst die Medien wer die Medien hat hat die Macht aber es kann auch ganz anders verlaufen diese Seminarteilnehmerin auf ein Hamer Seminat das war 97 glaube erzählt sie mir ihre persönliche Geschichte sie ist die Ehefrau eines Arztes und tastet eines Tages einen Knoten in der Brust und ihr Mann wollte schon bei seinen Kollegen an der Uniklinik einen Termin ausmachen sagt sie du ich habe da was von Hamer gehört ich höre mir diesen Hamer an und flitzt auf Köln damals wohnte Hamer in Köln oder hatte seine Praxis in Köln und Hamer sah in ihrem Schädel-CD dass sie den Konflikt schon gelöst hat mit den Brustkrebs und sagt ihr sie werden sehen sofern sie Mikroben haben wird der Knoten wieder verschwinden in der Heilungsphase durch die Mycobakterien tuberkulös abgebaut und tatsächlich der Knoten verschwand jetzt hat sie aber in der Ordination ihres Mannes ausgeholfen und ihr Ehemann und die Kollegen haben ihr den Vogel gedeutet die Verrückte macht Hamer und an der Stelle an der Stirn hat sie sich verunstaltet gefühlt und mit Melanom reagiert und ihr Ehemann mit der Lupe ah das ist nur im Anfangsstadium das kann man wegschneiden sagt sie Moment ich weiß jetzt dass Hamer recht hat mein Knoten ist verschwunden und ich weiß auch warum ich das Melanom habe und ich weiß auch wie ich das wegkriege nämlich nicht ich habe den Vogel sondern ihr und so hat sie das Melanom wegbekommen und das hat es mir 97 erzählt dann treffe ich sie wieder 2005 erzählt sie ihr Mann mittlerweile in der Pension bekam Krebs na gar nichts mittlerweile in der Pension und hat es nicht geschafft auch nur Buch vor Hamer zu lesen der hat der hat zweimal bei seiner Frau eine vorangekündigte Spontanheilung nachvollziehen können hautnah und schafft es nicht über einen eigenen Schatten zu sprengen und 2010 treffe ich sie wieder erzählt sie ihr Mann bekam Krebs hat sich schulmedizinisch therapieren lassen und ist verstorben also der wollte es wissen aber es gibt Fehler die magst nur einmal eine zweite Chance kriegst nicht und das ist ja das Glück der schulmedizin würden die toten sprechen können und Hamer hat im Vermächtnis das Heer der toten angerufen so gut jetzt machen wir ein paar Minuten so ich melde mich wieder zurück wenn sie fragen haben keine scheue nützen sie die Gelegenheit im Chat ich kann es ja auch durchstellen können wir plaudern geht es einfacher als im Chat mühselig um und um zu schreiben wir werden ja über das betreute denken immer schön in Angst gehalten das betreute denken kennen sie ja das betreute wohnen ist ja für körperlich behinderte Menschen und das betreute denken für geistig naja und also mit den Zecken Plakaten du hast einmal einen Zeck und hast schon ein Problem auch und jetzt werden die Frauen dazu angehalten sich immer brav unter der Dusche abzutasten die Brüste um den Knoten rechtzeitig zu entdecken noch bevor er gestreut hat und das Streuen ist ja nichts anderes als Diagnosen ja jetzt haben sie Krebs und jetzt tasten sie sich ab tasten an Knoten und sind schon in der Panik fühlen sich verunstaltet durch den Knoten und reagieren oberhalb in der Lederhaut mit Melanom unterhalb haben sie das Mammakarzinom und oberhalb reagieren sie mit der Lederhaut mit Verunstaltung das ist sehr oft passiert und schon angedeutet die hässlichen Verstümmelungen mit seiner Brustkrebs Operation und da rauszufinden das ist nicht einfach aber der Frau ist das geglückt und zwar die hat sich Brustkrebs therapieren lassen schulmedizinisch operieren und Chemo und während der Nachsorgetherapie hört sie vor Hamer und denkt sich diesen Arzt teste ich schnappt ihren Ehemann und flitzt zu Hamer nach Burgau legt Hamer die Schelzidee hin und er fragt sie und was führt sie zu mir sagt sie ja Doktor das möchte ich von Ihnen wissen und sie wollte ihn ja testen und Hamer liest hier halt im Kleinhirn den Brustkrebs raus und dann sieht er die hat auch ein Melanom und er sagt also er denkt das wird an der Operations Narbe sein ob er das einmal sehen darf und tatsächlich die Narbe war abgeheilt bis auf einen hellroten Hubbel und sie dachte die ganze Zeit das ist nur noch nicht verheilt sagt Hamer das ist ein Melanom und sie soll das raschest lösen und tatsächlich als sie sich nach der Brustkrebs Operation im Spiegel sah dachte sie das schaut er beschissen aus und ab der Operation hat sie sich ihrem Mann auch nicht mehr nackt gezeigt und immer wenn sie Illustrierte durchblätterte und Unterwäsche sah dachte sie das kannst nie wieder anziehen das war ihre Verunstaltung und nach im Burger im Hotel sagt sie zu ihrem Mann du ich werde mich jetzt dir nackt zeigen geht ins Badezimmer zieht sich aus geht nackt durch die Tür ihr Mann geht auf sie zu nimmt sie in den Arm drückt sie ganz fest und damit war der Bann gebrochen und das Melanom heilte ab hätte da der Mann falsch reagiert hätte er gesagt das schaut ja beschissen aus das wäre voll in die Hose gegangen also da sieht man auch so ein Krebspatient muss man mit Samthandschuhen anfassen ein falscher Satz ein falsches Wort und das endet in der Katastrophe Weg Hammer gehen wollen bedenken sie ihr eigenes Umfeld die Familie die keine Ahnung haben und die versetzen sie in Angst und Schrecken und die reden so lange auf sie ein bis sie kleinlaut zum Schulmediziner laufen und alles mit sich machen lassen und also wenn da die Familie nicht zusammenhält da sind fast verloren es hängt natürlich auch von der Konfliktmasse ab von der Schwere und so weiter Kleinigkeit das kann uns vielleicht verbergen aber wenn das was heftigeres ist dass sie wirklich angewiesen sind auf Pflege beziehen sie ihr eigenes Umfeld mit ein in die Überlegung und deshalb wir bräuchten so dringend die Legalität dass das an jeder Klinik praktiziert werden darf oft muss man einfach den Patient aus seinem Milieu raus nehmen und da gehört geschultes Pflegepersonal Hamer sagt ans Bett des kränksten gehört der beste Therapeut und sie sind komplett auf sich alleine gestellt oft müssen sie sich regelrecht verstecken in den Untergrund gehen damit sie überleben dürfen Wahnsinn Wahnsinn also ich habe das jetzt vor ein paar Jahren mit meinem Heilbruder miterlebt der war Heilmasseur und man wollte ihn an der Wirbelsäule operieren und einen zentralen Selbstwerteinbruch seine Frau hat ihm rausgeschmissen er hatte zwei kleine Kinder vier und fünf Jahre alte Buben und das war sein zentraler Selbstwerteinbruch und einmal habe ich mit ihm gesprochen und ich sagte zu ihm Bruder wenn die was bei dir finden du kommst dann immer aus der Mühle raus sagt er nein also Chemo lässt er sich nicht geben dann haben die Ärzte gesagt bevor es operieren muss er Chemo machen hat er sie breitschlagen lassen dann haben sie was in der Lunge entdeckt was uraltes hat er sie einen Teil der Lunge rausschneiden lassen dann hat man was im Hirn entdeckt hat man ihm das Hirn bestrahlt dann galt er als austherapiert man setzt ihn vor die Klinik dann hat er randaliert ist die Polizei gekommen in die Klapse von der Klapse ins Hospiz und mit Morphium entsorgt innerhalb von acht Monaten das war es erledigt und du kannst nur zuschauen du kannst nichts machen die Angehörigen laufen schnurstracks freiwillig in ihr verderben und du kannst nichts machen musst zuschauen und die Schulmediziner obwohl sie es für sich selber ablehnen verkaufen sie uns ihr Therapie als einzige Möglichkeit Wahnsinn an der die Schulmediziner bieten ja gern so gratis Untersuchungen an den Freibädern kostet nichts lasst man sich einmal durchchecken und dann hast der Muttermal am Rücken seit der Geburt das hat ihn auch nicht gestört aber jetzt kommt der Voodoo Priester und sagt das musst du unter Beobachtung halten und jetzt stört dich das blöde Muttermal und dann schaust immer im Spiegel ob sie sich verändert und fragst dem Partner du hat es sich verändert und da laufen manche wirklich so lang zum Dermatologen bis sie endlich Hautkrebs haben und das ist der Frau passiert nur durch das betreute denken durch die Panik mache hat sie sich sicherheitshalber an Leberfleck am Knie weg lesern lassen wollen hat aber nicht damit gerechnet erstens wie schmerzhaft das ist und wie das stinkt und hat durch diese Misshandlung an der Stelle in der Folge mit Melanom reagiert und dann war sie auf der Krebs Schiene dann hat mir einen Wächterknoten aus der Leiste entfernt da wäre es fast verblutet hat daraufhin einen Blutungsverletzungskonflikt mit der Milz bekommen und hört von Hamer und türmt aus der Klinik und die Ärzte am Gang schreien ihr nach und in drei Monaten sind sie tot und die wissen genau was sie da in der Psyche beim Patienten anstellen und und machen die das zelebrieren die das taugt ihnen das gefällt ihnen diese Macht zu haben aber nur jetzt sind sie enttarnt jetzt wissen wir ihren dreck und die hat sie schlag gemacht also die fachlich brauche ich ihr nichts mehr erzählen die hat sich da reinkniet in die ganze Materie also die ist germanische Expertin was die Heilkunde betrifft und die hat die Kurve nach einmal gekriegt der Fall ging voll in die Hose aber nicht wegen Melanom sondern wegen Folgekonflikt also oft reagiert man bei einem konfliktiven Ereignis nicht nur mit einem Sonderprogramm sondern gleich mit mehreren oder durch die Erkrankung mit weiteren Sonderprogrammen und der hat das leider nicht überlebt aber dennoch eine interessante Geschichte wie man halt assoziiert der war Steuerberater und der hat ein Vermögen geschäffelt der hat 70 Angestellte gehabt und so ein Kurzurlaub um 20.000 das hat der aus dem Portemonnaie bezahlt und er war der ganze Stolz seiner sehr vermögenden und uralten Mutter und dann hat er sich auf ein windiges Geschäft eingelassen und da ging es um ein Hotel Komplex und da hat man link gedreht steuerlich und das flog aber auf und alle putzten sich am Steuerberater ab und er musste die Hand heben hat die Firma verloren und da muss man sieben Jahre still halten darf nicht als Steuerberater tätig sein und wenn in diesen sieben Jahren die Mutter stirbt und er das Vermögen erbt fließt es in die Konkursmasse und jetzt musste er mit der Mutter zum Notar und aufs Erbteil verzichten und das Unterschreiben der Verzichtserklärung der blättert quasi die Verzichtserklärung um und der ganze Stolz der Mutter so tief gesunken und das war seine Verletzung seiner Integrität am Mutter Kind Daumen mit dem er das Blatt Papier hielt und er bekam unterm Daumen Nagel Melanom und dann schulmedizinisch wollte man ihm den Daumen abzwicken aber das wollte er nicht und dann war er beim Hammer und jetzt muss ich ihnen was erklären und ich hoffe sie kriegen da jetzt keinen Konflikt dabei also sind sie jetzt ein bisschen gefasst nicht dass ich sie am falschen Fuß erwische sie wissen ja sie werden eines Tages sterben haben sie einen Konflikt erlitten nicht gut aber dass sie sterben das ist todsicher aber warum haben sie keine Todesangst weil das irgendwann ist also wir haben eigentlich nur wenige Monate im Überblick wenn sie zum Beispiel Leberkrebs haben weil sie bankrott gegangen sind und ich sage ich schenke ihnen ein Million lösen sofort den Leberkrebs wenn ich sage ich schenke ihnen die Million in drei Monaten lösen sofort den Leberkrebs wenn ich sage ich schenke ihnen die Million in sechs Monaten kann sein sie lösen muss nicht sein wenn ich sage ich schenke ihnen die Million in einem Jahr lösen sie gar nichts also wir wissen wir werden irgendwann sterben aber das ist so weit weg und er wusste wenn die sieben Jahre rum sind hat er wieder seine Firma scheffelt wieder sein Vermögen und ein halbes Jahr zuvor die Firma war alles greifbar nahe das Melanom war unterm Daumen vorgewachsen das das an der Kuppe wie so Cocktail Tomate das hätte nicht mehr viel gedauert und das wäre runter purzelt aber ein halbes Jahr bevor die sieben Jahre rum waren stirbt er Myokard eine gelöste Überforderung und das war es dann er hat mit Knochen reagiert und alles mögliche und er hat es leider nicht überlebt aber er starb nicht am Melanom sondern das war alles ein bisschen zu viel für ihn diese Mutter kam im Frühjahr zu einem Seminar weil sie sich im Herbst am Mutterkind Oberarm rückwärts ein Melanom rausschneiden hat lassen und sie wollte wissen was da die Ursache sei und dann kam da nur eine Geschichte in Frage und zwar ein Jahr zuvor im Frühjahr die Kinder tobten ab auf so einen Sprung Trampolin im Garten und lernten und der Nachbar das ist ein unguter Zeitgenosse und die haben so einen halbhohen Zaun und der lehnte sich an den Zaun und schimpfte die Kinder und schimpfte sie als Mutter sie hätte ihre Kinder nicht unter Kontrolle man sagt ihr nach also rückwärts Mutterkindseite sie sei eine schlechte Mutter das war die Besudelung und im Sommer ist es dann noch einmal passiert wo der Nachbar ausflippte und im Herbst hatte sie dieses Melanom und das hat sie wegschneiden lassen und nach dem Seminar im Frühjahr ging sie nach Haus und sagte zu ihrem Mann du hast 500 Euro du ziehst mir sofort den Sichtzaun zum Nachbarn und als dieser Zaun stand kam sie voll in die Heilung sie hatte einen Monat brutal Kopfschmerzen rückwärts kleinen Hirn und ein halbes Jahr Körpergeruch aber sowas von erbärmlich sie sagte sie konnte das Nachthemd nur einmal tragen das stank so grauslich und das ist Körpergeruch ist die Lederhaut tuberkulöse Heilung also jede tuberkulöse Heilung stinkt Fußschweiß stinkt ist ja auch die Lederhaut Körpergeruch ist die Lederhaut und das stinkt wie faules Fleisch ja das ist tuberkulöse Heilung und dann war es gut und was ist da passiert die hat sich nur das Symptom wegschneiden lassen aber nicht die Ursache gelöst und erst mit dem Sichtzaun kam sie in die Heilung erst dann das wäre nur Frage der Zeit gewesen bis da wieder Melanom irgendwo zum Vorstellen gekommen wäre und ein halbes Jahr hat die Heilung dauert das ist auch vielleicht ein interessanter Fall die Studienkreisleiterin eines Tages sie schreibt eines Tages entdeckte ich über der rechten Hüfte einen kleinen schwarzen Punkt und dachte zuerst es wäre eine Zecke das war es aber nicht sondern der Punkt wurde immer größer wurde braun und bald waren es mehrere sie wurden alle größer und bekamen in der Mitte einen gelben runden Fleck nach vielem Überlegen und Gespräch mit Menschen die germanische Heilkunde kannten kam ich darauf dass es ein Besudelungskonflikt sein musste ich bin Linkshänderin und hatte einen großen Streit mit meinem Sohn indem er mir sagte dass ich eine schlechte Mutter war das traf mich sehr obwohl er nun schon 34 Jahre alt war fühlte mich da besudelt wo ich ihn als Kind getragen habe er fing erst sehr spät an zu laufen und ich habe ihn lang auf der rechten Hüfte getragen wir besaßen auch kein Auto und wenn wir mit dem Omnibus in die Stadt fuhren hatte ich keinen Kinderwagen dabei sondern trug ihn und hatte noch die zwei großen Kinder an der Hand Nun hatte ich also diese Flecken und wusste nicht was ich machen sollte war der Konflikt schon gelöst oder musste ich ihn noch lösen da bekam ich plötzlich noch mehr solche Punkte und sie beschränkten sich jetzt nicht mehr auf die Hüfte sondern wanderten zum Busen und auf den Bauch doch bevor sie größer wurden stoppte alles ganz und ganz langsam bildete sich alles wieder zurück Es dauerte einige Monate bis die gelben Flecken weg waren und heute drei Jahre danach sieht man immer noch die braune Haut verfärbung Die Konfliktlösung wurde von mir unwissentlich herbeigeführt Ich habe meine Ersparnisse aufgelöst und einen Teil davon meinem Sohn als Darlehen regelrecht aufgedrängt Er hat mich nicht darum gebeten Doch es hat ihm in seiner beruflichen Existenz geholfen und seither verstehen wir uns auch wieder gut Oft wenn ich die braunen Flecken auf meiner Haut anschaue denke ich daran was daraus hätte werden können wenn der ganze Körper mit solchen Flecken bedeckt gewesen wäre und kein Arzt gewusst hätte woher es kommt Die Konfliktlösung wurde von mir unwissentlich herbeigeführt das Darlehen habe ich ihm regelrecht aufgedrängt er hat mich nicht darum gebeten wie lösen wir unsere Konflikte instinktiv intuitiv wir geben so lange keine Ruhe bis uns der Stein von der Seele fällt wir haben Zwangsdenken wir träumen unsere Konflikte unser Hirn sucht eine Lösung für das Problem und sie schreibt unwissentlich das das geht am Verstand vorbei ja das ist wenn sie das nachts munter werden schauen was träumen das ist das Thema was sie beschäftigt der Traum kommt oft etwas verklausuliert aber das Gefühl was man dabei hat das zeigt genau hin zum Konflikt das Hirn arbeitet so lang bis ich die Lösung habe ein Seminarteilnehmer erzählt eines Tages hat er einen Knubbel an der Brust an der linken Brust als Rechtshänder und er hat die Diagnosetabelle zu Hause und schaut nach Knubbel in der Unterhaut Tja Attacke Verunstaltung Besudelung überlegt er was das sein könnte und er ist Handwerker und er muss oft auf der Stehleiter so kopfüber mit einer Hilti im Beton reinbohren und wenn sich der Bohrer verhakt schlägt die Bohrmaschine aus und und dann trifft sie ihn oft an der Brust und der Bohrer ist verbogen und peinlich dem Chef gegenüber und überlegt ob das der Konflikt ist und der Knubbel wird aber dicker und dann hat er eine Auseinandersetzung mit seiner Frau und die Frau hat so die Angewohnheit so mit spitzen Fingernagel ihm auf die Brust zu stechen du Bürschchen du du Bürschchen und plötzlich fällt es ihm wie Schuppen vor den Augen das ist seine Verunstaltung seine Verletzung seiner Integrität das tut weh dieses Zustechen das ist beleidigend und er spricht mit seiner Frau drüber und das Ding bleibt stehen verschwindet aber nicht weil sie könnte noch einmal zustechen das ist die Schiene ich kann es runter transformieren aber es ist nicht gelöst und ein paar Wochen später haben sie wieder Auseinandersetzung und die Frau reibt schon auf wollte schon zustechen fällt ihr ein das ist sein Thema und lässt es bleiben und der Patient sagte in dem Moment mich hat es regelrecht elektrisiert ich wusste jetzt tut sie es nicht und jetzt wird der Knubbel verschwinden und jetzt verschwand auch der Knubbel das war die wirkliche Lösung ein schöner Fall oder also direkt aus dem Leben kann man das richtig vorstellen wie die Frau da zusticht ich fuhre mit dem Wohnmobil Anfang Sommer und merke an der Wange links ein Knubbel der war plötzlich da aber so richtig so Cent Stück groß und tat auch weh und beim Autofahren habe ich immer Zeit und Muse und dachte so jetzt bin ich gespannt ob ich den Konflikt finde und Lederhaut ist klar die Besudelung und wir kamen gerade von Norwegen da hat es ein bisschen einen Zoff gegeben mit einer Kollegin das hätte verbal eine Besudelung sein können und kurz zuvor war Bayerischer Rundfunk also eine Hetze gegen Hammer und Pilhard das hätte auch eine Besudelung sein können aber Stopp ich habe es an der linken Wange und Kollegin ist Partner und Reporter ist Partner ich habe es aber an der linken Wange also kann das nur entweder ein Lokal dass man mir da her gespuckt hat oder dass man da irgendeine Kotspritzer her geflogen wäre war aber nicht das kann nur was mit der Mutter gewesen sein was verbales oder mit einem Kind verbales mit der Mutter war gar nichts aber mit einem Kind eine Stunde habe ich gebraucht dann wusste ich meinen Konflikt und zwar ich trug früher gern Lederhosen so Jeans Lederhosen und Hammer verarschte mich immer wegen meiner Jeans Lederhosen er sagte ja Helmut bei dir an den Vorträgen brechen die Frauen immer in lang anhaltenden Ovulationen aus also nicht in Ovationen sondern Ovulationen einspringen also typisch Hammer und dann habe ich halt mein Image geändert und bin mit Anzug und Krawatte auftreten aber seit ich meine Rottweiler Hündin habe die ist mit Anzug und Krawatte nicht wirklich kompatibel und bin wieder zurück zu meinen Lederhosen und die werden mit der Zeit so speckig glänzend und es war Anfang Sommer ich habe mir von der Olivia eine auf kurz abschneiden lassen und saß im Wohnzimmer hatte die Beine am Tisch und die Hose war ein Stück höher gerutscht und der Schwiegersohn saß die Töchter meine Ehefrau saßen am Tisch biegt mein älterer Sohn um die Ecke sieht mich da sitzen mit der Gin Lederhose mit der kurzen die ein bisschen höher gerutscht ist reißt die Augen auf und sagt Papa was hast du hier an sah das wirklich aus wie Latex und das war mein besucher lang und so quasi die Frechheit die er mir ins Gesicht sagt und ich bin eh so sensibel auf Lederhosen auf die blöden Bemerkungen betreffend Lederhosen und das war das Ende der Ära Lederhosen also die gibt es jetzt nicht mehr die haben jetzt abgeschafft und das war mein Besucherlung aber das war danach der ist danach verschwunden wieder dieser Heilpraktiker erzählte auf einem Seminar ist ihm sein Knubbel zwischen Daumen und Zeigefinger bewusst worden den hat er seit zehn Jahren ein Knubbel in der Unterhaut und zwar der Konflikt war er fuhr in Indien in Sri Lanka und im Abteil war ein Bettler und in Indien werden Bettler routinemäßig ignoriert aber jeder im Abteil gab dem Bettler was ab und das ist ihm aufgefallen und dann kommt der Bettler zu ihn bettelt ihn an und er wollte ihm nichts geben wird der aggressiv macht einen Schritt auf ihn zu kneift ihn an der Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger ganz fest und schimpft ihn und erschrocken fragt der Heilpraktiker seinen Sitznachbarn was war das jetzt sagt der Sitznachbar dieser Bettler stammt aus einer Kaste die besitzen Magie und der Bettler habe ihn soeben verflucht und das war seine Verletzung der Integrität das war seine Attacke und genau so funktioniert die Krebs Diagnose und unser Verhängnis ist wir glauben denen den Göttern in Weiß wir nehmen ihre Diagnose hin wie ein Richterspruch und die wissen nichts die wissen von keiner Krankheit die Ursache und genauso der Richter der hat gar keine hohe Arbeitsrechte das Firmenangestellter und wir glauben denen und wir machen alles freiwillig und das ist unser Verhängnis und das nützen die schamlos aus und der hat das durch das Bewusstwerden er war ja nur auf Besuch in Indien und 10 Jahre ist nichts passiert nur durch das Bewusstwerden hat er das lösen können und dann ist das weg bockert und der Knubel ist weg aber 10 Jahre hat er den also das muss irgendwie auch so runter transformiert gewesen sein 10 Jahre lang konfliktaktiv es hat keine Heilung gegeben aber es war da kein Stoff dabei also keine Intensität war dabei und es gibt solche Konfliktverläufe und ein bisschen abergläubisch sind wir alle oder das ist unser Schäfer und der der meint immer er müsse uns vor der ganzen Welt beschützen ob das ein Radfahrer ist oder ob das ein Reh ist oder ein Auto ist und da ist er wieder mal los auf einen anderen Hund und wir haben so Ausziehleine und meine Frau die hat ihm auf den Arsch gegeben und der hat dann in der Folge hat er sich das aufbissen und das stank wie die Ballenpest ja die Ballenpest die Pest ist ebenfalls die Lederhaut in der Heilung stinkt die Tuberkulose und das war ihm so Hantela groß und dann heilte das ab und dann war das so ein glatter lederner Fleck ein Hund hat dunkle Haut und dann wuchs wieder das Fell rüber und sieht man gar nichts ist komplett weg und Jahre später also wir schlagen an und für sich unsere Hunde nicht aber mach es mal ich meine das ist ein riesen Hund der Rottweiler noch dazu und wenn du zu zweit mit denen unterwegs bist und wenn die da Gas geben da hast du aber ganz schön zu tun und Jahre später ich weiß nicht warum und wieso jedenfalls habe ich ihm da einen Spitz gegeben ist er auf die Schiene gekommen und hat an der selben Stelle obwohl der Spitz der war mehr unten am Schenkel aber an derselben Stelle hat er damit Rezidiv reagiert da ist er nur auf die Schiene gekommen er dachte wieder kriegt er so einen Schlag ab wie gesagt das ist dann die Schiene die Allergie man reagiert allergisch und zwar immer mit einem Urkonflikt so ist halt der Mechanismus und den müssen wir begreifen lernen Alternative zu Naturgesetzen gibt es nicht da müsst Alternative Schöpfung geben gibt es aber eins es gibt nur die eine und die hat ihre Naturgesetze ist Ausdruck des Schöpfungswillens diese Schöpfung möchte so und für uns in der germanischen Heilkunde ist das das höchste diese Ausgabe von Raum und Zeit erschien 1990 und da schrieb Hammer bereits sofern es das Virus überhaupt gibt also das Virus das hat überhaupt nirgendwo reinpasst zurecht ja also früher dachte er ja auch dass das Plattenepithel also Schnupfen Fieberblase Gebärmutter Mund H Hepatitis die Gelbsucht das ist ja alles aus der roten Gruppe Kinderlähmung der Funktionsausfall ist ja alles aus der roten Gruppe und da meint man eben das Virus und das Virus hat man noch nicht gesehen und das ist ja die Hypothese vom Pasteur und er hat gemeint das Ding muss so klein sein und so giftig und aus dem Lateinischen heißt das ganze Virus Gift heißt Virus und aber er hat damals schon das angezweifelt ob es das überhaupt gibt das Virus jedenfalls dieser Patient also ich lese das einfach aus dem Artikel Hamer schreibt bei einem braven homosexuell glücklich verheirateten Versicherungsvertreter wurde auf freiwillige Untersuchung hin ein HIV Positiv Test gefunden sein Freund war negativ bis dahin war für ihn die Welt in Ordnung gewesen aber an diesem Tag brasselten die Konflikte nur so auf ihn hernieder man schafft ihn unverzüglich auf die Isolierstation eines großen Krankenhauses niemand fasst ihn mehr an sein Freund verließ ihn zunächst noch nicht später aber doch er weiß noch ganz genau wann das DHS einschlug man hat ihn von Kopf bis Fuß mit Plastik Handschuhen untersucht nichts gefunden er war kerngesund aber der HIV Test war doch positiv die beiden Doktoren suchten weiter und weiter schließlich entdeckte der eine an der innenseite der rechten Fußsohle eine kleine Stelle von Fuß Pilz deutete bedeutsam darauf und sagte aha also doch Kaposi Sackho dann dann untersuchten beide nochmals ganz gründlich seinen Penis beim dritten Mal fanden sie schließlich eine winzige Ragarde von einmal zwei Millimeter aha rief der andere Doktor also auch schon am Penis der Patient sagte er sei abgestürzt wie in bodenlose tiefen habe sich besudelt gefühlt habe das Gefühl gehabt alles verloren zu haben seinen Beruf seine Freunde sein Selbstwert Bewusstsein zerbrach besonders in sexueller Hinsicht von da an breiteten sich vom rechten Fuß trotz Bestrahlung mit Kobalt gegen die bösen HI Viren ein Melanom aus Zeichen für einen Besudelungskonflikt die dunkelblauen Melanom Stellen traten ebenfalls am Penis auf und nur wegen der blöden Bemerkung aha Kaposi Kaposi war übrigens ein jüdischer Arzt und Kaposi sagt ist nichts anderes als Melanom das ist selber im Zuge für AIDS wurde Kaposi berühmt Man lese und staune Melanom positive Wirkung von Sonnenstrahlung unerwartetes Ergebnis einer amerikanischen Untersuchung Sonnenstrahlung gilt als Risikofaktor für die Entstehung von Melanomen Umso überraschter waren die Forscher als ihre Untersuchung an 500 Melanom Patienten ergab dass diejenigen die sich Sonnenstrahlung aussetzten die aggressive Tumorerkrankung eher überleben So jetzt dürfen sie es aussuchen als Melanom Patient Meiden sie die Sonne oder suchen sie es Die Rätsel Lösung wird sein Wahrscheinlich gibt es gutartige Sonnenstrahlen und bösartige Sonnenstrahlen Sie wissen nicht zwei Fakten in Korrelation setzen Zucker und Karies Sonne und Melanom Rauchen und Lungenkrebs Da kann ich Ihnen alles belegen und widerlegen wie ich möchte Im Burgenland bei uns am Neuswittler See ist die Storchpopulation rückläufig Im Burgenland ist die Geburtenrate rückläufig Die Kurven sind fast deckungsgleich Kann ich Ihnen statistisch belegen dass die Störche Kinder bringen Die Kinder bringen Stimmt es halt nicht und wie in der germanischen Heilkunde wir brauchen keine Statistik wenn der Melanom hat auf der Organebene muss er im Kleinhirn den Hamerschen Herd haben muss er auf der Psyche die Besudelung haben und wir können sogar Voraussagen treffen wenn er das löst was dann kommen wird welche Mikroben was im Hirn passieren wird wie das Ende ausschauen wird der Heilung und das macht eine echte Wissenschaft aus aber mit Statistik können Sie keine Wissenschaft betreiben das ist Unsinn wenn die Frau schwanger ist und dann wissen wir die muss beim Mann gelegen sein auch wenn sie es bestreitet nicht zu 90 oder 95 Prozent nein jeder und das ist Hammer wenn der Melanom hat muss er Besudelung erlitten haben und das hat nichts mit Sonne zu tun das ist alles nur 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 Unsinn das ist alles die Medizin von vorgestern also wird mit rechten Dingen zugehen wäre die Schulmedizin schon längst weg vom Fenster aber die wird halt täglich reanimiert durch die Politik und durch die Justiz zu unserem Leidwesen dann dieses Punktuelle wenn das größer größer wird also zum Beispiel der Knoten in der Brust an der Stelle punktuell fühle mich besudelt und wenn ich damit aktiv bleibe wird das punktuell dicker 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 und das ist die Bäulenpest und wenn ich damit in eine hängende Heilung komme dann kann das Ausgangsgewebe wegschmelzen und das ist wenn die Lederhaut wegschmilzt das ist Lepra also Lepra und Pest hat dieselbe Ursache die Besudelung die Pest ist aktiv und Lepra ist davon die hängende Heilung also dieses Phänomen haben wir ja beim drüsen ähnlichen Gewebe in einer hängenden Heilung dass das Ausgangsgewebe wegschmelzen kann in der aktiven Phase werden 1000 Zellen angebaut in der Heilung werden 1100 abgebaut ich habe um 100 Zellen weniger wenn das einmal passiert fällt das nicht ins Gewicht wenn das aber hunderte tausende Male passiert dann schmilzt das Ausgangsgewebe weg und bei der Brust führt das zum Hängebusen bei der Lederhaut eben zur Lepra bei der Schilddrüse zur Unterfunktion und so weiter und das Problem ist halt da die Schiene wenn ich mich besudelt fühle und so ein Besudelungskonflikt erleide und in die Heilung komme und das ganze nässt und stinkt und kann ich mich natürlich erst recht wieder besudelt fühlen und dann bin ich wieder aktiv und dann das Stinken hört auf weil ich wieder konfliktaktiv bin und ich löse das wieder komme wieder in die Heilung und das stinkt wieder da stinkt der ganze Raum das stinkt wirklich wie faules Fleisch das bin ich das ist meine rechte Wade und das war so ein Ulkus also da da fällt die Lederhaut aber komplett und das hat wehtan wie die Hölle ich hab nicht einmal laufen können und das viele Wochen und da ist mir von der Hollywood Schaukel die die schwang nach vor und traf mich da aber das war flaches Brett das war Kante oder so aber ich hatte die Kretze die Kretze das sind so Spinnern die die dreiviertel Millimeter und die krabbeln in der in der Oberhaut machen da einen Kanal der ist so zwei drei Millimeter und legen da ein rein und kacksen da rein und das juckt wie die Sau und normalerweise hat man da was ich ein paar so Dinge und ich hatte das fast am ganzen Körper und da muss das Bettzeug wechseln jeden Tag die Wäsche jeden Tag und ich habe keine Ahnung wie ich dazu gekommen bin aber das war so eine richtige Epidemie da hat es viele erwischt und das ist so quasi wie das Löwenrudel was machst du wenn ein Löwenrudel jetzt kommt du musst einfach schießen und ich habe da so eine hochgiftige Pestizidsalbe geschmiert die darf man glaube ich zweimal schmieren in Abstand von 14 Tagen das ist etwas ganz giftiges aber ich habe es nicht mehr ertragen die Juckerei und da drehst durch du kannst nicht schlafen da drehst durch und dann der Wade hatte ich die Kretze auch ganz stark und da war quasi das Brett was da drauf klatschte das war für mich konfliktiv genau an der Stelle hat es mich erwischt obwohl es überhaupt nicht Wetter hat und dann hatte ich da mal sah aus zuerst wie so ein Pickel ja und dann kriege ich da so ein riesen Loch und so rechts das ist dann abgeheilt und so schaut schaut jetzt die Narbe aus das ist so 5 Mark im Stück groß so groß ist das aber da kannst nicht laufen boah da kannst nicht laufen und und das hat im April Mai Juni Juli August fünf Monate hat das dauert und da habe ich auch nichts gemacht was habe ich da gemacht da habe zuerst hatte ich so die schwarze Salbe aber ich habe dann irgendeine andere Salbe gehabt irgendeine Salbe habe ich da drauf geschmiert ich glaube die Mitterwehr Fehn habe ich dann schlussendlich drauf geschmiert das war mein am allerliebsten so Hautpilz dieser 40 jährige schreibt vor genau drei jahren saß ich in meiner Lieblingssauna in der Biokammer es setzte sich sehr dicht zu mir ein Mann und berührte mich aus heiterem Himmel ohne Vorwarnung einfach an der Brust und im Schambereich weil ich dort rasiert bin seine Worte waren oh wie schön ganz körper rasiert ich wusste dass der Mann schwul ist dieses Verhalten fand ich in diesem Moment zutiefst widerlich ich war voll am falschen Fuß erwischt isolativ hoch akut es durchzuckte mich ein Blitz zu Hause angekommen sprach ich mit meiner Freundin darüber Tage Tage später kam ich in die Heilungsphase mit Haut Pilz der jedoch nie richtig abheilte konnte er ja auch nicht dass ich leider die Sauna als Schiene einprogrammiert hatte jedes mal wenn ich nun in die Sauna ging war ich konfliktaktiv war ich zu Hause kam ich in die Heilungsphase mit aufblühendes Haut Pilzes also in der Heilung wird es schlimmer die Symptome werden schlimmer scheinbar ich konnte mich dem auch nicht entziehen da die Sauna bei mir um die Ecke ist ich liebe es auch zu saunieren aufgefallen war mir auch folgendes wenn ich in den vergangenen drei Jahren im Urlaub war blühte ich am ganzen Körper auf im Nachhinein verstehe ich es nun durch den Urlaub miete ich die Schiene und da kam er voll in die Heilung als ich das letzte Mal aus dem Urlaub zurück kam blieb der Haut Pilz ein Monat lang weg jetzt verstehe ich auch dies ich war ein Monat lang nach dem Urlaub nicht in der Sauna und 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 zur Konflikt Lösung mit Hilfe meiner Frau fand ich meinen Besudelungskonflikt ich selbst hatte diesen bereits verdrängt nun ging ich also zu dem besagten schwulen Mann umarmte ihn einfach und suggerierte mir hey alles gut du ekelst dich nicht mehr vor ihm denn heute sind wir gute Freunde geworden und ich würde mich auch nicht mehr besudelt fühlen wenn er mich unerwartet berühren würde ich sprach sogar die beschriebene Szene von vor drei Jahren an er hörte mir aufrichtig zu und entschuldigte sich dafür Konflikt endgültig gelöst also ich vermute er war auch ein bisschen schwul also so ganz bisschen das spielt in Rumänien ein 40 jähriger erzählt er hatte mehrere jahre haut bild im genital bereich welcher nun komplett verschwunden ist mit dem zug pendelte er in die arbeit sein wohnort lag an der endstation der bahn meist saß er bereits alleine im zugabteil eines tages stiegen alter bahnarbeiter zu mit wettergegärbten gesicht und wenigen zähnen im mund er saß ihm gegenüber im abteil war sonst niemand plötzlich sprang der alte vor kniete sich zwischen seine beine und wollte ihm einen blasen der patient war entsetzt das war seine besudelung im genitalbereich mit der schiene leeres abteil vor 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 einem leeren zugabteil am heimweg hat er ab nun immer angst dieser alte könnte wieder zustellen der haut pilz verschwand vollständig als er nicht mal mit diesem zug fahren musste schiene meiden dieser schönes beispiel für schiene meiden bin gesund fahr mit dem zugabteil kommt wieder der fürchtet sich vergewaltigt zu werden heutzutage musst du als Mann aufpassen und in dem fall schiene meiden und ich bin gesund eine pflegedienstleiterin schreibt über einen älteren pflegebedürftigen Mann der alte Herr 90 Jahre hatte seit drei Jahren einen diagnostizierten haut pilz im genital Bereich dieses mehrmalige cremen war ihm und mir nicht angenehm ständig wurde eine neue Hautsalbe verschrieben und nichts half dann fuhren wir zum kompetentesten Hautarzt in der Gegend die erste frage des arztes war ob der alte herr ein problem mit der leber habe da er fluomycin verordnen müsse und es gar kein anderes mittel gebe ich sollte nach ermessen dosieren falls er nicht täglich eine tablette vertrage dann alle zwei bis drei tage im waschzettel der erste satz bei den kontraindikationen patienten mit leberparenchym schäden sind verstorben also also habe ich es gar nicht erst gegeben dann kam mein zweites seminar in wiesbaden herr pilha saß mit mir und meiner kollegin am mittagstisch wieder sein markanter und entscheidender satz zur situation der alte herr will nicht gewaschen werden große zweifel da ja schon seit drei jahren gewaschen wird vom pflegedienst aber eine beobachtung der situation brachte auch hier schon nach kurzer zeit klarheit an einem freitagmorgen kam routinemäßig der pflegedienst und seit geraumer zeit brachten sie immer wieder mal 15 16 jährige praktikantinnen mit da sah ich bei dem alten mann mit seiner natürlichen scham die ursache später beim essen fragte ich ihn wie es den für ihn sei wenn der pflegedienst die jungen mädchen mitbringt daraufhin ging der kopf verschämt und gerötet nach unten und es kam nur ein kopfschütteln sofort versicherte ich ihm dass ich das unterbinden würde und nur die bekannte pflegerin käme sie war schon über 50 jahre und sprach den ortsansässigen dialekt und war sehr kommunikativ und berichtete immer wieder neuigkeiten aus dem ort nachdem der alte herr dann diese sicherheit hatte verschwand der haut bild innerhalb von tagen gänzlich bis auf eine stelle so groß wie der fingernagel des kleinen fingers und so verstarb er ohne aufwändige zusatzpflege oder riskante medikation mit einer normalen haut am ganzen körper wissen sie also mache es mal das liegt alles auf der hand und ist so offensichtlich und so leicht zu beheben und in der schulmedizin die lassen einfach die psy aus dem vor aber komplett das interessiert die überhaupt nicht nur die organe also das individuum heißt ja das unteilbare aber nicht in der schulmedizin da wird der mensch einmal trennt in psyche und organe der psychiater hat keine an von den organen und organmedizin von der psyche und dann unterteilen sie die organebene in spezialistentum dermatologen urologen neurologen nephrologen spezialist fürs linke und rechte nasenloch und von lauter bäumen sind sie den wald nicht mehr aber das ist gewollt das ist die sind ja nicht blöd die sind nur geschäftstüchtig wir sind die blöden weil wir ihnen glauben tja die ist auch studienkreisleiterin eine 60 jährige muss ihre inkontinente mutter pflegen immer wieder zieht die mutter eine urinspur durch die wohnung zum wc die 60 jährige reagiert mit fußpilz am großen c auf ihrer mutter kind seite ein jahr später muss nun auch die bettlägerige schwiegermutter gepflegt werden mehrmals am tag kotet diese ein und die 60 jährige muss es immer säubern sie reagiert nun auch mit fußpilz am großen c partner das geht über fünf jahre so sie wusste ihre konflikte aber sie konnte sie am kopf stellen der fußpilz verschwand nicht dann sterben mutter und schwiegermutter innerhalb weniger monate und der fußpilz beidseitig verschwand also ein konflikt ist dann gelöst wenn es nicht mehr passieren kann eine frau geht eine neue partnerschaft ein und der neue man bringt so einen hund mit in die ehe so ein kalb und der hat so einen undichten bimmel da tröpfelt es runter und die frau war es gewohnt barfuß zu laufen in der wohnung und large barfuß in das sekret rein und reagiert mit fußpilz und ihr ehemann hat eigentlich die ursache entdeckt und dann trug sie hausschuhe und der fußpilz wurde weniger und sie schrieb den erfahrungsbericht und ich mache eine notiz solange der hund in der wohnung ist solange wird sie fußpilz haben weil sie braucht ja nur das nachts auf die toilette müssen setzt den nackten fuß auf den Boden könnte das tröpfchen sein vom hund ich würde den hund in den hof verbannen habe ich prügel bezogen von meiner leserschaft wie kann man nur so grausam zum hund sein und 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 ein jahr später kommen sie besuchen der hund nach wie vor in der wohnung und sie nach wie vor fußpilz also wie gesagt wir können auch vorhersagen treffen weil die die schiene nicht meidet und man reagiert allergisch ab dem biologischen konflikt reagierst du allergisch drauf so glanz bäuschen so ich melde mich wieder zurück bei uns soll es heute nacht minus 25 grad bekommen da bleiben schon die ersten dieselfahrzeuge stehen ein 70 jähriger kennt diesen afrikanischen camping platz schon mehrere jahre und verbringt dort oft viele monate am abend der ankunft geht er barfuß zu den duschanlagen um sich frisch zu machen als er die dusche betreten wollte sah er dass diese elend schmutzig war er überlegte kurz was er nun tun sollte zurück laufen um sich seine flipflops zu holen dazu war ihm der weg zu weit widerwillig betrat er die dusche als er sie verließ blickte er nochmals zurück zu dieser völlig unsauberen dusche und es ekelte ihn seither hat er Fuß bilz der nicht mehr verschwinden möchte so jetzt die Gretchen Frage also er hat einen Fuß bilz der nicht mehr verschwinden möchte was heißt es er hat einen besudelungskonflikt erlitten den hat er gerade hier geschildert und er muss eine Schiene haben und was ist die Schiene für seinen Fuß bilz Gretchen Frage wer traut sich kriegt ein Mitarbeits Plus was ist da die Schiene für seinen Fuß bilz die dusche die fremden duschen sind für ihn jetzt die Schiene und er ist viel unterwegs viel in fremde duschen unterwegs und das war es eine 40 jährige schildert sie zeigt ihrem Mann ganz stolz damenschuhe die sie vom flohmarkt hat und so am Fuß zeigt sie ihm die Schuhe und er macht den Satz welcher verbilzte Oma hat die getragen und das war ihr besudelung und die Schiene waren die Schuhe im Schuh Schrank und die musste die Schuhe wegschmeißen und dann verschwand der Fuß Ein junger Seminarteilnehmer schreit auf sagt er jetzt versteht er seinen Fuß Pilz und zwar eines morgens wird er munter im Bett seiner Freundin und denkt sich was ist denn an den Füßen so komisch nass hat ihm der Kater des Nachts auf die Füße geschießen und das war seine Besudelung und das kriegst den so schlecht runter und jetzt war die Katze die Schiene und dann trennte er sich von seiner Freundin und zog aus in eine eigene Wohnung und der Fuß Pilz verschwand und dann zog er zur Schwester und die hat eine Katze und er hatte wieder Fuß Pilz solange bis er wieder die Wohnung wechselte und somit die Katze miet dann verschwand wieder der Fuß Pilz also der reagiert allergisch auf Katzen mit Fuß Pilz weil es die Schiene wurde also was in dem Moment vom Konflikt mit abgespeichert wurde und weil ihm ja die Katze auf die Füße geschissen also war eben die Katze die Schiene ja hätte ihm der Hund auf die Füße geschissen dann wäre es halt der Hund das ist ja nur die Schiene aber also das Chronische läuft über Schienen und wir müssen zum Konflikt auch die Schienen finden ist keine Schiene ist nichts ist was ist was ist nichts ist nichts einfach ist es eigentlich dann gibt es ja so die Berufskrankheiten die Bäcker mit ihrer Mehlstaub Allergie und da passiert irgendein Konflikt ja und dann speichert sich halt Mehlstaub ab die Bäcker sind permanent im Mehlstaub und das geht bis zur Berufsunfähigkeit und jetzt haben die Berufsringer ja die Sportler Mattenpilz also da meint man in den Matten lauern die Pilze und wenn der Ringer vorbeikommt ja dann werden die besprungen und dann siedeln die da drauf und das natürlich heißt Aberglaube Sondern versetzen sie sich einmal in seinen Ringer Ja Körperkontakt Axel Schweiß der hat ja einen Schwitzkasten und dann träufelt der vielleicht noch ein bisschen einen Speichel aufs Gesicht und ich meine das ist ja Besudelung ohne Ende aber das hat jetzt nichts mit Pilzen zu tun die da in der Matte lauern so ein Blödsinn dann Körpergeruch ich habe schon gesagt ja das ist ebenfalls die hängende Heilung jede Tuberkulose stinkt ich habe eine Schiene auf Adidas Turnschuhe in meiner Jugend war ja Adidas Pflicht und ich hasse es in nassen Schuh zu stecken also irgendwie muss das auch der Konflikt gewesen sein wahrscheinlich im Winter ein nasser Schuh und also ich habe so keinen Fuß Schweiß aber bei Adidas und wenn der Schuh neu ist maximal am zweiten Tag muss man ihn draußen lagern weil das stinkt so erbärmlich eine 40-Jährige schreibt der Besudelungskonflikt den ich zu Beginn der Pubertät erlitt im Reisebus haben sich fremde Menschen um meine Mutter lustig gemacht sie lehnte so an der vorderen Lehne und sie haben meine ersten Herrchen in meiner rechten Achselhöhle entdeckt noch vor mir selbst und ich habe mich so geschämt ich musste seither immerhin 28 Jahre mit übel riechendem Schweißgeruch auf der rechten Körperseite büßen mit so einer blöden Bemerkung und das kann auch zur faltigen Haut führen also die Leder die Unterhaut schmilzt weg und dann hat man so wie so tausende Falten im Gesicht der hat keine Unterhaut mehr so und die Gürtelrose das ist jetzt auch die Besudelung und die Lederhaut wird vom Kleinhirn in Segmenten gesteuert und entlang dieser Hautsegmente wachsen jetzt im Prinzip nichts anderes als kleine Melanom Tumore und das ist auch wieder der Sinn die Mauer nach außen in Digger zu bauen und die Heilung das tut weh das ist ja bekannt bei der Gürtelrose und wenn es rundherum geht soll es ja ganz gefährlich sein Achtung sagen wir weniger vom Haut Symptom her sondern eher vom Hirndruck rundherum heißt natürlich im Kleinhirn rechts und links ein Hirnödem und im Kleinhirn hat man relativ bald einmal einen Überdruck und das wird das gefährliche sein und wenn die darüberliegende Haut einbricht dann stinkt das Ganze auch wieder die Tuberkulose die Krise und das Vernarben das tut weh und am Ende der Heilung ist gut diese Frau geht mit einem Bekannten spazieren im Wald kommt auf Verlichtung mit einem Hochspannungsmast und dort wird sie von ihm vergewaltigt und an der Stelle wo er sie fest hielt hat sie anschließend mit Gürtelrose reagiert und das Denken muss auch bei ihnen da passiert sein mit der Messer Attacke und zehn Jahre später geht sie spazieren im Wald kommt auf Verlichtung mit einem Hochspannungsmast man war weit und breit keiner aber das war die Schiene und in der Folge hatte sie an derselben Stelle wie der Gürtelrose das was sich hat das Schiene einprogrammiert in dem Schockmoment ein rechtshändiger achtjähriger Knabe erlernt vom 14 jährigen Cousin unanständige Worte Arschficker Schwul und erprobt diesen neu erworbenen Wortschatz gleich bei seinem Vater der entsprechend erbost reagiert und seinen Sohn Maß regelt und aufklärt der Bub reagierte mit Gürtelrose oberhalb dem rechten Becken und das ist ganz typisch das Doktorspielchen macht ja Spaß so zwischen Gleichaltrigen so schwul aber wenn da der Erwachsene dazukommt das ist dann das Konfliktive das ist das klassische Beispiel für so ein blödes Doktorspielchen und er hat mit Becken also Gürtelrose auf dem rechten Becken der Cousin ist natürlich Partner und der Vater ist Partner er ist Rechtshänder deshalb rechte Seite und Becken wahrscheinlich wegen Arschficker und Schwul und wie es der Papa ihm genau erklärt hat und so das wird das gewesen sein ein 70 jähriger sportlich und bei bester Gesundheit fährt jedes Jahr nach Afrika und muss sich regelmäßig gegen Gelbfieber impfen lassen die Ärztin sagt nein sie impfe ich nicht sie sind zu alt dem Patient hat es fürchterlich geärgert und gestunken er dachte bei sich du blöde Kuh seiner Überzeugung nach sollte die Ärztin nicht sein Alter sondern seinen Gesundheits Zustand überprüfen die Ärztin impfte ihn schlussendlich doch und er musste sich von der Ärztin auch noch anfassen und stechen lassen er reagierte mit Gürtelrose halbseitig Partnerseite vom Bauch über Brust bis Rücken und die Heilungsschmerzen dauerten auch sechs Wochen also das war halt ein heftiger Konflikt was erschienen sein kann der 55 jährige also mit diesem Mann hatte sie das erste Mal in ihrem Leben einen Orgasmus und es ergießt sich aus ihr heraus über seinen Bauch im ersten Moment dachte er sie würde pinkeln sie waren ein paar Jahre zusammen er hatte am Bauch chronisch Gürtelrose die Schiene war der Geschlechtsverkehr obwohl er die germanische kannte und seinen Konflikt wusste sie trennten sich und die Gürtelrose heilte ab das ist so funktionieren die Schiene und da kannst dich am Kopf stellen du weißt deinen Konflikt du weißt die Schiene kommst auf die Schiene hast dein Rezidiv ob du das weißt oder nicht weißt ist dann komplett egal und außerdem ist wieder hier auch das unwillkürliche das vegetative Nerven System getriggert das hat ja mit willentlich nichts am Hut das geht ja unbewusst eine Krankenschwester schreibt sie ist jetzt selbst dann Patientin die Schwester kam um mich für die Operation vorzubereiten und verabreichte mir einen Praktoklüs 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 dieser kleiner Einlauf um den Enddarm für die Operation zu säubern wenige Minuten danach überkam mich ein starker Brechreiz ich sprang aus dem Bett um mich am Waschbecken zu übergeben auf dem Weg dorthin durch den Druck nach oben und unten entleerte sich schon mein Darm ich stand im wahrsten Sinne des Wortes beschissen am Waschbecken übergab mich und mir war Hunde elend zumute in dem Augenblick kam eine Ärztin mit einer Infusion gegen die Kopfschmerzen ins Zimmer sie forderte mich auf mich sofort hinzulegen damit sie die Infusion anlegen konnte mein Einwand ich müsse mich erst sauber machen wischte sie mit der Bemerkung weg kommen sie jetzt ich habe keine Zeit da ich wegen der rasenden Migräne einfach keine Kraft zum Wehren hatte musste ich mich so besudelt und nackt mein Nachthemd hatte auch etwas abbekommen ins Bett legen mir wurde die Infusion gelegt und so lag ich nackt voller Scham und mich total hilflos und elend fühlend im Bett ich erinnere mich noch heute sehr genau an das Gefühl des bekackten Nachthemds auf meiner nackten Haut noch Wochen danach hat mich diese Situation in meiner Vorstellung verfolgt und ich spürte tiefe Scham wegen dieses Geschehens circa eine Woche später bekam ich Schmerzen in der rechten vorderen Schamlippe sie schwoll auf etwa das doppelte Volumen an war schmerzhaft sehr gerötet und ich hatte den Eindruck als wären viele Haarbälge der Scham Behaarung stark entzündet und würden zu äitern beginnen am hinteren Teil der Schamlippe zeigte sich ebenfalls rote entzündete Stellen ebenso auf der rechten Gesäßbacke neben den Anfang der Gesäßfalte eine stark juckende Stelle mit roten Pusteln circa drei Zentimeter im Durchmesser eine weitere etwas kleinere kurz darunter und eine dritte etwas so groß wie die erste nahe dem Anus am rechten Oberschenkel direkt neben der Beugefalte da tauchte bei mir der Verdacht auf dass das Gürtelrose sein könnte ich ging zu meiner Gynäkologin die zum Glück die Germanische kennt und stellte mich vor sie bestätigte meinen Verdacht auf Zoster in der wissenschaftlichen Tabelle der Germanischen fand ich die Bestätigung dass Gürtelrose zur Heilungsphase nach einem Besudelungskonflikt gehört Allein dieses Wissen hat mir dazu verholfen ohne Angst das Geschehen anzunehmen und dem natürlichen Verlauf von Mutter Natur zu vertrauen ohne diesen zu behindern Da ich Krankenschwester bin und weiß wie schmerzhaft Gürtelrose sein kann hätte ich ohne dieses Wissen gewiss mit Panik und Angst reagiert Also das beste Schmerzmittel ist wirklich diese Zusammenhänge verstanden zu haben Das ist so wie die Gebärende Die weiß das tut jetzt verdammt weh aber dann habe ich mein Baby Das ist ein recht plastisch geschilderter Fall Die Tochter schreibt Meine Mutter 76 Jahre alt rechtshändig hat eine etwas jüngere Cousine mit der sie sehr viel Kontakt hat Vor etwa zwei Wochen war nun diese Cousine bei meiner Mutter zu Besuch Die beiden spielten abends oft miteinander Gesellschaftsspiele Meine Mutter trägt gerne ausgeschnittene Dekolletes und hat zudem eine überdurchschnittliche Oberweite Die Cousine die ihr gegenüber am Tisch Platz genommen hat sagt unvermittelt während des Spiels zu meiner Mutter So kannst du dich aber deinen Enkeln nicht gegenüber setzen Auf die verständnislose Frage meiner Mutter warum meint die Cousine wortwörtlich Na wegen des ekligen alten Fleisches das man da zu sehen bekommt Dies muss muss der Konflikt war Er traf meine Mutter nicht nur völlig unverbreitet am falschen Fuß wer denkt beim Rommyspiel an so etwas sondern war für sie auch hoch akut dramatisch dies war im Grund eine unverschämte beleidigung und vor allem isolativ empfunden sie war mit der Cousine ja alleine Die Cousine war einige Tage zu Besuch bei ihr und am Tag als sie diese zur Bahn brachte bemerkte sie ein leichtes Kribbeln links unterhalb der Brust und zum Dekolleté hin Sie bemerkte wohl in der Folgezeit kleine Pickelchen in diesem Bereich doch am Abend der Abfahrt ihres Gastes begannen die Schmerzen und verstärkten sich seither ist sie schlapp und müde und hat Kopfschmerzen die Abreise der Cousine war für sie die Konfliktlösung also bei einer jeden Tuberkulose ist man auch schlapp und müde das gehört auch dazu das ist bei der Lungentuberkulose das ist bei der Brust Tuberkulose da ist man schlapp und müde das muss man nur wissen das gehört dazu genießen es so eine Heilung ich würde gerne mal in so einer Heilung sein wo ich muss wo ich Ausrede habe ich bin krank ach Gott tja man müsste wieder mal einen Konflikt lösen so dann die Akne das sind eben so kleinere Besudelungskonflikte natürlich besonders bei Pubertierenden die sich beginnen fürs andere Geschlecht zu interessieren ja bin eh hübsch genug und die verbringen ja Stunden vor dem Spiegel und dann haben sie mal einen kleinen Besudelungskonflikt und jetzt entsteht auch im Prinzip nichts anderes als so ein kleines Melanom Tumörchen also die Lederhaut macht Zell plus Zell plus Zell plus Zell plus Zell plus und jetzt hängt es davon ab wie lang wenn das nicht aufhört ja dann wird das Zell plus sichtbar und das ist ein Melanom wenn ich es aber zuvor löse dann stoppt die Zellteilung und in der Heilung habe ich dann den Pegel und das ist im Prinzip so ein Glanzabszess der Verlauf ist komplett gleich die Krise und das Vernarben das tut jetzt weh und so wie heute die Gürtelrose und dann haben sie den Pickel sehen sich im Spiegel und um Himmels willen ein Pickel und fühlen sich durch den Pickel verunstaltet und jetzt macht die Lederhaut wieder Zell plus und dann sind wieder weg vom Spiegel kommen in die Heilung und nein der zweite Pickel und zack und wieder Rezidiv und so schaukelt sich das Ganze auf und das wird dann halt zur Akne und da ist die Schiene der Spiegel und da muss man den Spiegel abschaffen das Beste ist man schnappt den Pubertierenden fährt irgendwo auf die Alm wo es keinen Spiegel gibt wo es keine Leute gibt und dann kannst zuschauen wie das abheilt und auch nicht rumfummeln oder so in Gedanken einfach die Finger weglassen und nicht in den Spiegel schauen und dann verschwindet die Akne und mein jüngerer Sohn der hat auch unter der Akne glitten auch hängt permanent vom Spiegel und dann waren wir ein paar Tage am Meer und da war im Zelt und die Akne hast zuschauen können und hau es wieder vom Spiegel und zack und er haut wieder die Akne und auch die Olivia die hat auch unter der Akne glitten sagt Olli 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 musst den Spiegel meiden sagt Papa das geht nicht versteht man auch irgendwo und wenn man dann 50 ist und seit 25 Jahren verheiratet ist dann braucht man immer hübsch sein und dann verschwindet die Akne also der 50 Jährige der hat andere Probleme als der 16 Jährige das Thema ist einfach gegessen diese 45 Jährige kam wegen ihrer Akne zum Seminar und die hing auch nur vom Spiegel rum und dann hat sie das beherzigt und hat den Spiegel gemieden und wirklich diese sechs Tage Seminar jeden Tag was schöner dann schreibt sie einen Erfahrungsbericht also sie hat das eingehalten Spiegel weg und die Akne heilte ab die war schon 45 und dann begegnete ihr auf der Straße so ein typisches Akne Gesicht und bing hatte sie den nächsten Pickel also das war Spiegel Ersatz auf die Schiene kommen die hat ihr Gesicht und ihr Dekolleté vernarbt von ihrer Akne sage ich zu ihr du musst den Spiegel meiden sagt sie das wird schwierig sie hat die ganze Wohnung verspiegelt und das ist natürlich hardcore wo du hinschaust du überall siehst dich selbst dieser Türke erzählte er hatte so lange Akne solange er kiffte wenn er da eingekifft nach Haus kam und die Eltern sahen ihm ins Gesicht und sagten wie schaust du schon wieder aus das meinte war seine Verunstaltung seine Besudelung und seit er nicht kifft hat er auch keine Akne mehr Könnte unter Umständen schon so sein Ich habe heute noch auf meiner Partnerschulter tiefe Krater von meiner Akne von 95 bis 2000 und erst als die Akne rum war habe ich das im Nachhinein verstanden warum und zwar wenn ich also wir sind 94 übersiedelt nach Meiersdorf und 95 waren wir die bunte Hunde im Dorf mich kannte ja jeder ich kannte niemanden und wenn ich damals ins Dorf Wirtshaus ging um Zigaretten da war Funkstille aber kaum war ich bei der Tür draußen haben sie sich das Malz rissen es wird über einem schlecht gesprochen das ist Akne am Rücken und partnerseitig und 2000 da sind dann etliche gestorben so wie am Fließband aus dem Dorf an Krebs und irgendwo bin ich da dann drüber hinweg gekommen irgendwie ich meine das ist halt das betreute Denken die Verblödung ich kann es ihnen nur nahelegen schmeißen es einmal in den Fernseher raus sie haben die ersten Wochen Entzugserscheinungen da fangen es zum Fingernägel keine Ahnung an das erste halbe Jahr da sind es halt versucht aber ich sage es ihnen nach einem oder zwei Jahren da wollen sie das nicht mehr sie haben besseres zu tun und der raubt einem die Zeit und macht ihn nur blöd und irre und wirst eh nur manipuliert man erzählt eh nur Lügen ich war mit meiner Frau das erste Mal wieder seit 15 Jahren auf einem Musik Festival 10 Years After Santana die alten Gruppen aus meiner Generation und da war ein Stand von Amnesty betreut von drei 20 Jährigen und ich hatte einmal einen kleinen Wickel mit Amnesty und wegen Hamer also ein Amnesty Mitarbeiter hat an die zentrale London geschrieben Hamer sitzt als politisch Verfolgter in Frankreich im Knast und ob sich nicht Amnesty da engagieren möchte und Amnesty hat zurückschrieben sie haben den Fall untersucht und keinen politischen Grund gefunden Amnesty das ist systemeigene Opposition also das ist als würde sich die Gans beim Fuchs beschweren über den Wolf so circa ist das und die Korrespondenz hatte ich dann auf der Homepage und hat mir Amnesty geschrieben ich muss das sofort runternehmen sonst müssen sie mich verklagen dann habe ich den Spieß umgedreht und habe sie zitiert zitieren zitieren darf ich sehr und habe sie öffentlich gefragt ob sie andere Menschenrechts Organisation mir empfehlen könnten nein das ist so wie Greenpeace Greenpeace das ist ja auch nur Platzhalter jedenfalls habe ich denen 320 jährige ein paar Dinge verklickert die Merkel regt sich auf wegen Menschenrechtsverletzungen in China und in Deutschland sitzen ich weiß nicht wie viele tausend im Knast nur weil sie eine falsche Meinung haben die haben nichts gestohlen gar nichts und sitzen nur wegen einem Meinungsdelikt im Knast und da regt sich Amnesty nicht auf jedenfalls habe ich die stehen lassen und ich spürte ihren Blick an der Schule ich habe es gespürt drehe mich um und blick in hasserfüllte Augen 20 jährige hasserfüllt und dann hatte ich so ein Wumm am Schulterblatt also das geht sogar so also gar nicht verbal einfach nur der böse Blick das ist auch ein Lieblingsfall eigentlich von mir um zu zeigen dass man sie vor Konflikten nicht schützen kann eine junge Frau ist mit der Familie Essen in einem Restaurant und der Onkel isst fettigen Fisch und unterm Reden ist der Onkel nur also unterm Essen ist er nur am Reden und sie liebt den Onkel und verjährt ihn und schaut ihn so Gedanken verloren auf den Mund während er da so quagelt und da hängen so die Fleischstückerl raus und so fettig die Lippen und er ist nur am Reden und dann war Bomben Stimmung und er dreht sich zu ihr schnappt sie am Hals und drückt ihr einen Kuss auf die Waage und plötzlich hat sie da die Fischlippen und das war ihr Besudelung und dann hat sie sich verstohlen abgewischt und hatte in der Folge da einen Pickel und wie möchtest dich vor so etwas schützen eine Bombenstimmung in der Runde und plötzlich hast du die Fischlippen also vor einem Konflikt schützen das geht nicht aber was wir sehr wohl tun könnten wäre dieser Zivilisations Schrott Gesellschaft die Stirn zu bieten das können wir ja dass wir in unserer eigenen Familie Freundeskreis aufklären was macht ihr eigentlich mit euren kleinen Kindern geht es ab in die Krabbelstube ja zwei gehen arbeiten und ihr vernachlässigt euer Herzblut euren Nachwuchs der wird fremd betreut von einer Firma die nichts Gutes möchte mit uns und warum macht ihr das nur dass zwei Autos finanzieren könnt dass ein fünf Quadratmeter Bildschirm habt das ist doch als Unsinn hochdrehe das ist nur Unsinn das könnten wir wir könnten uns wieder Gesellschaftsform zulegen die uns weniger Konflikte beschert und dann brauche ich auch weniger Therapie weil ich von Haus aus gesünder bin und wahrscheinlich auch glücklicher der Hirnforscher Hütter sagt ja der glückliche Mensch kauft nicht und das kann und die nicht leiden und deshalb werden wir unbefriedigt gehalten wir laufen nur den materiellen hinterher und kaum haben wir den Brocken wollen wir schon wieder das Nächste weil es nicht glücklich macht glücklich macht der Partner glücklich machen Kinder Enkelkinder das macht einen erfüllt aber der Porsche solange der Nachbar neidig drauf schaut ist er interessant aber wenn der Nachbar dann selber einen Porsche hat dann ist der eigene Porsche schon wieder uninteressant und da lebt das System Talgdrüsen also Mitesser kennt er jeder aber der Konflikt dass die Haut oder das Fell zu trocken ist also mit der Konflikt Beschreibung tu ich mir ein bisschen schwer jedenfalls in der aktiven Phase habe ich jetzt wieder das Zell Plus und das ist auch der Sinn und in der Heilung wird das Tuberkulös abgebaut und dann habe ich Talgdrüsen TB und am Ende der Heilung ist das Symptom weg so aber dennoch habe ich da ein recht schön sind die Fälle da wenn sie klar sind für den Betroffenen auch wenn sie klar sind ist es nicht immer so lustig und der 26 jährige hatte oder hat Talgdrüsen Tuberkulose am Brustkorb in seiner Haut haben sich tiefe Krater gebildet und viele gelbe Pusteln es stinkt oft erbärmlich wenn diese Pusteln oft platzen und er hat immer große Sorge dass sich seine Freundin davor ekelt begonnen hat es folgendermaßen er ist extrem behaart irgendwann einmal hatte er den Einfall sich vollständig am ganzen Körper zu rasieren frisch gepielt geht er in den Garten wo seine Familie in Liegestühlen die Sonne genoss als man sah was er gemacht hat war man entsetzt was hast du gemacht wie sieht das denn aus der Junge erlitt den Konflikt nicht wegen seiner Behaarung sondern weil diese plötzlich wegrasiert war die Sache wurde chronisch lässt er sich die Körper Behaarung wachsen kommt er in die Heilung mit stinkender Talgdrüsen Tuberkulose rasiert er sich vollständig ist er konfliktaktiv und der Gestank verschwindet ich sagt ihm er soll es sich nie wieder rasieren und doch stolz sein auf seine Körper Behaarung so mancher Mann wäre ihm darum neidig also jetzt die Männer gehen sie jetzt rasieren und die Frauen lassen sich am Bad wachsen also lang steht die Welt nicht mehr das ist ja alles wirklich verrückt hat jetzt früher hast du immer angeben müssen wenn du irgendwo einträgst in so Mann oder Frau und jetzt darfst du sagen möchtest nicht verraten also als hätten wir nicht andere Sorgen so und jetzt der Krützbeutel oder das Neurofibrom das ist eigentlich was interessantes und zwar geht es da um ein Bindegewebe was an den Nerven liegt das finden wir zum Beispiel auch im Gehirn das Glia das Glioplastom Hirntumor was ein Blödsinn ist Nervenzellteilung gibt es nicht aber das Bindegewebe kann sich natürlich teilen Narbengewebe also das Bindegewebe das Narbengewebe ein spezielles Bindegewebe an den Nerven und Bindegewebe nekrotisiert in der aktiven Phase und wird unter Schwellung repariert in der Heilung und Hammer führt das als absolutes Ausnahmeprogramm an und er erklärt das auch in der Tabelle dass er nicht so richtig weiß wo er das hin tun soll und er kann nur beobachten wie es funktioniert und dann versuchen da Logik zu finden also der Konflikt ist ein intensiver Berührungskonflikt das kann jetzt eine unangenehme Berührung sein Frauen die begrapscht werden oder intensiver Schmerzkonflikt ich stoße mich irgendwo ganz scharfkantig das tut so weh dass das Hirn dieses Schmerzempfinden nicht hoch kommen lassen möchte beziehungsweise diese Berührung ist so unangenehm das wird abgeblockt und zwar in der aktiven Phase durch Zellteilung vom Glia also Neurofibrome wachsen in der aktiven Phase dieser Vorgang ist gleich in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahme denn einmal wächst dieses mesothermale Bindegewebe normalerweise nur in der Heilungsphase die Neurofibrome und die Glia sind verwandte Gewebe aber sie verhalten sich anders Neurofibrome wachsen in der aktiven Phase und Glia Einlagerung vermehrt sich in der Heilungsphase bisher gibt es eine große Anzahl von Hypothesen aus welchem Gewebe Glia entsteht aber es spielt sich ja an Nerven ab und dort gibt es bekanntlich nichts anderes als Glia Wucherung die Sensibilität kann teilweise oder ganz aufgehoben sein also jetzt dort wo die Nerven aufeinander stoßen da gibt es ja diese Nerven scheiden und jetzt gibt es da Nerven scheiden Wucherung es wird da quasi isoliert damit die Schmerz Information nicht ans Gehirn kommt der Schmerz die Information wird abgeblockt und in der Heilungsphase kann das entweder abgebaut werden oder es bleibt und das ist dann dieser Krützbeutel der hat eine feste Kapsel und wenn man da rein sticht kommt ein weißes schmierig riesig schmieriges stinkiges Zeug raus aber der Konflikt war ja der intensive Berührungsschmerz und wenn ich da reinsteche ich bin ja an der Stelle bin ich ja wieder voll auf der Schiene und das füllt sich erneut also wenn man das immer wieder aufsticht das füllt sich immer wieder neu entweder dass man das mit der kompletten Kapsel wegschneidet also diese Neurofibromatose Knoten ja das ist die größer größer werden das ist konfliktaktiv und Hammer sagt auch dieser Kaffee Olé Fleck das ist auch so etwas also ich fress am Besen wenn das nicht Lippen sind schauen Sie da das ist die Wange ja also da die Oberlippe und da die Unterlippe ich fress am Besen also das war sicher ein Kuss von der Oma oder vom Opa oder so irgendwas also ein Überfeuchter ein Vater der seine Tochter jahrelang missbraucht hat fasste sie immer mit der einen Hand am Hinterkopf mit der anderen fasste sie am Schenkel genau an diesen beiden Stellen zeigen Neurofibromatose Knoten also die Berührung die Information abblockieren das bin ich hinterm Ohr also ein Krützbeutel und ich habe da hinterm Ohr Mitesser gehabt und drückt so dass mir die Tränen in die Augen gekommen sind ja und dann habe ich da so so einen Krützbeutel bekommen und dann mit der Zugsalbe und mit Pech bin da im Wald haben wir Pech geholt ja auch aufgeschmiert und im Sommer Motorrad Saison ja kriegt ein Helm drauf das hat auch das hat auch eine Zeit dauert bis der endlich aufplatzte aber der ist dann auch weggegangen also das ist komplett gelb gewesen und so richtig grauslich aber das ist Gott sei Dank ist das weg und vor allem weil man immer wieder ran fasst und in Gedanken rumtrückt lassen sie das bleiben ja und dann dann heilt das ab ähm was im Chat das wäre schön aber meine Enkel sind auch durch die Kita gegangen und die Eltern haben doch dafür gesorgt dass sie nicht gelitten haben das geht heute manchmal nicht anders naja ich meine früher da hat was weiß ich und der K&K also ein Offizier der hat ein Gold Dukaten im Monat bekommen einen Gold Dukaten ich weiß nicht was der kostet so 2000 Euro keine Ahnung was kostet was kostet so ein Gold Dukaten keine Ahnung weiß ich nicht aber einen Gold Dukaten und der hat damit den kompletten Haushalt finanzieren können mit Angestellter pipapo und heute kann der Mann seine kleine Familie nicht mehr ernähren und muss die Frau arbeiten und oft müssen die Zweitjobs führen also das stimmt doch irgendwas nicht die Banken und Versicherungen werden mächtiger mächtiger und dann wechseln die von der Bank in die Politik und von der Politik in die Bank da weiß das schon wo sind die ganzen Staaten verschuldet wer bei Wenden wer bei den Banken und das sind die wirklichen Herren die Sagen haben und wissen sie wir dann alle so lieb kuscheln und so ja und dann zahlen sie mal ihr raten und schauen ob die Bank mit ihnen lieb kuschelt ja Beinhard wie in der Natur der stärkere gewinnt und nichts mit Leid oder so nein nein das wird nur aber die Banken fahren mit ihnen Schlitten die nehmen ihnen das letzte Hemd weg kein Mitleid und da hat niemand mit ihnen Mitleid niemand ja und die wollen die predigen Wasser und trinken selber Wein also das die saugen uns aus wir haben 80% Steuern ja das 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 und die finanzieren damit ihre Kriege und wir arbeiten arbeiten rund um die Uhr und geben unsere Kinder her damit die ihre Krieger die Völker die noch frei sind unterwerfen also mir steht das bis daher und ich kann diesen verlogenen Radio und Fernsehen nicht mehr ertragen ich kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr und da müssen wir aber ansetzen also sagen wir der erste Schritt germanische Heilkunde heißt verstehen lernen und diese biologische Zusammenhänge und klug aus so einer Notsituation rauszufinden der nächste Schritt ist es gar nicht zu diesen Konflikten kommen zu lassen also und das bedeutet die Gesellschaft zu ändern und zwar in einem positiven ich meine für die Banken negativen für die eine Weltherrscher negativen weil wir uns frei machen aber für uns positiv und auch für die Natur für unsere Umwelt positiv wir brauchen anderes Bewusstsein die die roten die Wälder nieder und die versauen die Meere einfach aus Profit und wir sollen aber den Müll trennen das ist ja alles so meine Damen und Herren ich bin an und für sich mit Stoff durch ja komplett durch wenn sie so weit keine weiteren Fragen haben dann erlaube ich mir hier den Studienkreis auch zu schließen ich warte vielleicht noch eine Minute ob eine Frage kommt also das wäre es eigentlich sagen wir die in der Natur mit der Natur von der Natur zu leben also eigentlich ich bin überzeugt wir bräuchten auf diesen Planeten Erde was ja das Paradies ist wenn es ein Paradies gibt schauen sie mal so in unserer Galaxie ich wüsste nur die Erde sonst wüsste da keinen anderen Planeten und wir bräuchten nur in dem Paradies Erde Gärtner sein die Natur bietet eh alles in Überfluss aber manche kriegen halt einfach den Rachen nicht voll so wie soll das mit 10 Milliarden laufen ach so ha es gibt circa 7 Milliarden Menschen wenn man rechnet 80 Kilo Körpergewicht das ist 0,08 Kubikmeter Wasser der Körper besteht hauptsächlich aus Wasser wenn du einen Taschenrechner hast Ingrid Tipp ein 0,08 Kubikmeter mal 7 Milliarden das ist ein 7 mit 9 Nullen dann kommst du auf die Kubikmeter Zahl aller Menschen auf einen Haufen und dann ziehst die dritte Wurzel daraus und dann hast die Seitenlänge von dem Würfel was schätzt du wie groß die Seitenlänge wäre alle Menschen auf einen Haufen zusammen 800 Meter 800 Meter mal 800 mal 800 das ist nicht einmal Kubik Kilometer manche meinen ja der müsste 100 Kilometer mal 100 mal 100 überhaupt nicht ihr habt euch ums 100 mal 100 ist 10.000 mal 100 ist ein Million fache verschätzt 800 Meter 0,8 Kilometer das verstecken wir im nächsten Tal das ist die Überbevölkerung hahaha das ist alles das ist genauso wie wie Virus ist alles nur eine Lüge stimmt nicht es gibt keine Bevölkerung der Stadt Texas allein könnte die Weltbevölkerung ernähren es gibt nur ein paar die brauchen keine sieben Milliarden Sklaven das ist 500 Millionen reichen wenn es nach ihren kranken Köpfen ginge so tut mir leid dass ich da jetzt wieder abgeschweift bin zu so Unsinn so aber ich bedanke mich bei ihnen für ihr interesse für ihre teilnahme und würde mich wieder freuen sie einmal hier begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und konfliktfreie Zeit ohne Besudelung Tschüss bis bis ein слов Untertitelung des ZDF, 2020